Ja, guten Tag, hier ist wieder euer Omni, diesmal mit einer zweiten Tierliste zu den Society Trades. Die Zauberbücher, ja, weiß ich nicht, ob ich die noch machen soll. Ich finde eigentlich den Einwand von Pain Factory ganz gut, dass wir tatsächlich da eigentlich einen Strategiebezug haben. Und wenn ich dann 60 Bücher bespreche, ich glaube, das geht einfach zu weit. Gleich überzeuge ich mich nochmal, dass ich verschiedene, ja, sag ich mal, Materium, Chaos und so weiter mache. Erstmal Society Trades, das geht ein bisschen besser. Das ist tatsächlich für mich auch, finde ich, nochmal eine größere Herausforderung, weil Society Trades auch alleingestellt kann man ja auch nicht so einfach bewerten. Das heißt natürlich, wenn wir auch hier wieder ein bisschen Zeit brauchen, um das ein bisschen mit den Kulturen gleichzusetzen, sollte aber natürlich nicht so lange dauern, weil die alleinstehend doch recht schnell bewertet sind. Wir müssen halt immer sehen, Kontext Kultur, Kontext zweiter Society Trade, das ist schon recht wichtig, weil natürlich gewisse Society Trades durchaus stärker sind, wenn sie zusammen mit einem anderen genommen werden. Bei manchen sind sie aber auch alleine einfach stark und so bewerten wir die und schauen sie einfach mal an. Wie immer mache ich das spontan eher, also ich habe jetzt nicht vorher gesagt, ich mache jetzt das auf D und das auf A und so, weil ich finde das irgendwie langweilig. Ich will das eher so, während ich selber mich beschwalle und euch hier was erzähle, will ich selber darauf kommen, okay, wie finde ich diesen Trade. Gucken wir uns das mal erstmal an, das müssten basierter Siedler sein. Ihr seht auch, ich habe eigentlich professionell auch die Sachen hier reingesetzt, hat irgendwie nicht funktioniert, mache ich ganz kurz nochmal. Ja, irgendwie will das wohl nicht ganz so, wie ich das will, wenn ich ein Presentation View anmache, aber jetzt hat das wieder übernommen, im Presentation View, okay, alles gut. Ja, diese anderen Symbole, ich hatte jetzt keine Lust, die nochmal groß zu machen, das ist Sklaventreiber, Zurückforderer und so weiter, werden wir alles noch besprechen. Das sind ja die, die noch nicht in dieser von Jumbo Pixel, das ist wieder die Tierliste von Jumbo Pixel, noch nicht verwurstelt war, heißt die neuen DLCs sind noch nicht alle drin. Egal, also gehen wir mal auf die basierten Siedler. Die basierten Siedler haben folgende Boni, wir haben einfach weniger Imperiumskosten für Städtegründen und wir kriegen eine Bevölkerung dazu und wir haben erweiterte Führung, das heißt wir haben auch noch einen Stadtmeer als Maximum. Das heißt, effektiv kriegen wir nochmal 200 Imperium dazu. Ja, allein gesehen natürlich schon einfach eine sehr starke Fähigkeit, wenn ihr genug Platz habt, euch auszubreiten. Ich finde gerade bei Brutaler KI ist das nicht immer so möglich. Ich hatte schon mal Spiele, wo ich dann wirklich auch die vierte Stadt nicht bekommen habe. Das ist nicht so unüblich, vor allem da ich jetzt auch kein Expandierer bin, der irgendwie in den ersten zwei Runden raushaut. Geht ja auch einfach nicht wegen Imperium, auch trotz der Kosten, die ja um 25% gesenkt sind. 25% müssten 50, wenn ich mich nicht irre, sein am Imperium. Das heißt, ihr müsst 150 bezahlen, um eine Stadt zu gründen. Und ihr könnt halt, wie gesagt, vier gründen. Ist trotzdem natürlich an sich schon eine sehr starke Sache. Kombiniert sich eigentlich auch mit allem gut, auch mit jeder Kultur gut. Da ist jetzt auch keine spezielle Strategie hinter, außer Bau mehr Städte. Was natürlich tendenziell, wisst ihr ja alle, 4X-Game-Rundenstrategie-Spiel super ist. Von daher relativ leicht auch einzuordnen. Ja, jetzt sage ich relativ leicht und muss doch nochmal überlegen. Denn A oder S, ja, ich würde sagen S, ich finde es halt keine spannende Society Trade. Für mich persönlich ist das deswegen nicht so super, weil ich, klar, ich denke immer darüber nach, ja nimmst du es. Aber es ist so langweilig irgendwo, ne? Aber es ist natürlich super stark, unabhängig von Kultur und sonst irgendwas. Aber gerade, wenn ich so jetzt überlege, welches Video mache ich für euch, dann überlege ich, ja, das nimmt ja jeder. Da kannst du ja was anderes, musst du was anderes nehmen. Dann überlege ich eher sogar auf diese total schwachen, äh, Entschuldigung, das ist ein Spoiler-Alarm, auf die nicht so ganz so guten Schattendinger zu gehen. Nur, damit ich irgendwie sagen kann, ich habe meine Abwechslung gehabt. Weil das Ding natürlich einfach super powerful ist, ne? Kommt nach oben auf jeden Fall. Für mich gibt es ein paar Style-Abzüge, weil es halt zu einfach ist, um gespielt zu werden. Aber für Anfänger absoluter super Trade. Einfach schon Bevölkerung dazu zu kriegen, ne? Dann trägt mehr Wirtschaftswachst zu. Neue Stadt, wenn da vier Städte gründen können, gerade auf einer normalen Schwierigkeitsstufe. Absolut klasse. Dann gehen wir alles zum nächsten. Ich hätte echt mal die Ordnung ansetzen sollen. Das ist nämlich, ähm, das mit den antiken Weisen. Ich glaube, da, wo die Forschungskosten herabgesetzt werden, schauen wir uns einfach mal an. Ja, nicht antike Weise, alte Weise. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein. Und zwar, jedes Mal, wenn ihr ein Buch freischaltet, dann wird eine zufällige Fertigkeit dieses Buchs um minus 60% Wissen. Die Kosten werden dann verringert. Daumen. Und ihr kriegt am Anfang eine zufällige Forschungsfertigkeit freigeschaltet. Ja, finde ich gut. Gerade wenn man sagt, man macht eine Wissenschaftsstrategie, ist aber jetzt gerade auch bei, auch bei Wissenschaftsstrategie, nicht das Stärkste, was man bekommen kann. Weil natürlich, es kann natürlich sein, dass man was, was ich niemals erforschen will, dann einfach minus 60% Wissen hat. Und das bringt dann gar nichts. Und dann ist der Effekt einfach weg. Dann haben wir nur noch den Startbonus, der halt, außer man kriegt jetzt sowas wie urtümliches Totemtierbeschwören, der aber sonst keinen Effekt hat. Und deswegen ist es für eine Forschungsstrategie ganz gut, auch wenn ihr auf irgendeinen speziellen Zauber mit einem späteren Buch eingehen wollt, auch ganz gut einfach nur damit wir durchforschen können. Weil 60% dann, auch wenn es eine schlechte Forschung ist, wenn ihr diese Forschung dann loswerdet, um wieder schneller zum nächsten Buch zu kommen, ist das natürlich durchaus sinnvoll. Ist aber jetzt kein Ultra-Burner, ihr kriegt keine Starteinheit. Ja, das kriegen wir übrigens bei Siedler ja auch nicht, aber ihr kriegt hier keine Starteinheit. Ihr kriegt nicht eine Städte neu oder größere Städte, sondern ihr kriegt halt einfach jeweils immer pro Buch einen Zauber billiger. Und wenn wir mal rechnen, wie viele Bücher hat man pro Playthrough, leider dauert ja so ein Playthrough nur 100 Runden. Wenn man sich Zeit lässt sogar, kann man mal ausrechnen, alle, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn man schnell, eigentlich, nee, normal forscht, dann sagen wir mal pro, brauchen 5 Zauber, oder sind es 4, ne, 5, ne, sagen wir mal 10 Runden, egal, 10 Runden. Dann haben wir 10 Bücher. Und dann könnt ihr euch selber ausrechnen, ihr kriegt 10 Zauber dann billiger. Ist halt nicht überwältigend, aber wie gesagt, für eine Forschungsstrategie einfach, wenn man irgendwo hin will, wo man wirklich schnell hinpushen muss, dann ist es durchaus sinnvoll. Ja, deswegen sehe ich es jetzt nicht als Killer an. Also ich finde es sinnvoll, aber es kommt halt eher ein B-Tier. Also man könnte eigentlich sogar C sagen, weil es gibt keine Starteinheit, man hat keinen strategischen Vorteil am Anfang, außer diesen neuen Zauber. Der kann natürlich gut sein, ist aber sehr situativ. Also es ist eher B- in meinen Augen. Ist halt was, was man gerne nimmt. Ich werde es zum Beispiel auch im Playthrough nochmal benutzen, habe es auch natürlich schon noch ab und zu benutzt, wo ich halt auf eine bestimmte Forschung hingehen will, die ich essentiell für mich halte. Und da ergibt es durchaus Sinn. Dann haben wir die nächste Fähigkeit, gehen wir in den Ordnungsbereich, schauen wir uns das direkt mal an. Ja, Bannerfürsten. Natürlich würden die meisten sagen, das ist absoluter Schmutz. Ich persönlich liebe die Vasilisierungsstrategie. Die Vasilisierungs-Mobilisierungsstrategie ist eine geniale Strategie. Und wenn ihr am Anfang dann eine freie Stadt schon freigeschaltet habt, die direkt schon in den nächsten Pakt mit euch startet, wenn ihr dann Flüsterstein dazu gebt, direkt in den Loyalitätspakt startet, also ihr direkt schon mal relativ schnell zu Vasallentum kommt und deren Einheiten schon einnehmen könnt, ist das eine coole Sache. Ist natürlich kombiniert dann vor allem mit Außerwert für Einige, wo ihr einfach 30% mehr Einnahmen vom Vasallen bekommt. Super cool, wo ihr auch noch eine Starteinheit bekommt, da kommen wir ja noch zu. Es hat sich damit sehr gut zu kombinieren, außerdem auch mit den Wunderarchitekten, wenn man es nicht meinen mag, aber hier sind sie. Da kriegt ihr dann alles wunderfrei geschaltet und wenn ihr mit einer Stadt halt schon einen besseren Ruf habt, kriegt ihr ja mehr Vasallisierungspunkte und könnt deswegen mehr Einheiten rekrutieren. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr die Feen am Anfang. Und wenn ihr die direkt in den paar ersten Runden, sagen wir mal 5, 6 Runde rekrutieren könnt, T3 Feen, dann habt ihr halt ein super Early Game, dann seid ihr einfach durch. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, clearen, was ihr wollt. Solange ihr die finanziellen Mittel dazu habt, ist das halt wirklich genial und die Feen gut einsetzt. Vor allem diese Feen mit den AOE-Effekten natürlich. Deswegen ist das eine ganz coole Geschichte. In Kombination alleine, wenn ich da nicht drauf spiele, natürlich komplett schwachsinnig. Also wenn ihr sagt, ich brauche keine Vasall-Mobilisierung, ich mag keine freien Städte oder ich will alle freien Städte töten, und als Räuber dürft ihr das auch nicht spielen, weil ihr habt keinen Flüsterstein, bringt nichts. Also das auf keinen Fall. Deswegen ist es natürlich wieder sehr nischenhaft. Ich persönlich, und ich weiß, ich glaube, das ist der einzige Age of Warnaus-Spieler, der dazu denkt, finde diese Fähigkeit einfach sehr spannend, weil sie, und das habe ich ja schon in mehreren Videos gezeigt, einfach eine neue strategische Ebene bringt, diese Vasall-Mobilisierung, die wir so vorher nie hatten und die sich auch wirklich gut spielt, könnt ihr dann nochmal ein Video sehen, wenn Freitag rauskommt, wenn es nicht schon rausgekommen ist, wenn ihr das Video guckt. Das macht auf jeden Fall durchaus Laune, ist natürlich trotzdem für sich gesehen, ohne diese Strategie total sinnlos. Da gibt es auch keine Einheit dazu, nichts. Dementsprechend, ich gebe jetzt übrigens auf, diesen Vorbild zu machen, das nervt mich, dieses Hin- und Herschalten. Dementsprechend für mich ist es schon auf jeden Fall A-, A-, weil doppelte Geschwindigkeit in Vasall-Mobilisierung oder Vasall-Mobilisierung ist sehr cool. Dass die Stadt freischaltet, kann auch B-plus sagen, das ist, für mich persönlich, im Herzen ist es ein A-, ihr könnt mich ja dafür kreuzigen, steinigen oder sonst was, für mich ist es halt so. Und jetzt kommen wir zum nächsten, das ist zum Beispiel was, wo wahrscheinlich wieder sich die Geister scheiden werden, und das ist nicht auserwählte Zerstörer. Ja, Paradox üblich, haben wir ja immer so eine auserwählte Zerstörer-Geschichte, denkt an Stellaris, denkt an jedes Spiel von denen, wo irgendwie mal sowas als Kultur wählbar ist. Und es ist halt eine Gimmick-Sache für mich. Also für mich persönlich nichts Gutes, weil alleine statt spielen, das haben sie jetzt zum Glück wieder stärker gemacht, weil man die Helden jetzt besser rekrutieren kann. Deswegen ist das jetzt tatsächlich top aktuell besser. Also auserwählte Zerstörer würde jetzt vielleicht sogar Sinn machen, weil ich genug Helden rekrutieren kann. Vorher war das für mich, ich habe es noch einmal gespielt, es war halt, das Spiel war nicht so wie vorher. Es war halt nicht so spannend. Cool war natürlich, man hat damit richtig kennengelernt, wie gut Außenposten sind, wenn man das so sehen will. Sonst habt ihr einfach viel Beziehung weniger für freie Städte mit allen anderen Reichen. Und ihr kriegt halt minus 10 Einstellungen, was eigentlich komplett egal ist. Aber ihr könnt keine neuen Städte erlangen. Also ihr habt eine Stadt und das war's. Und Zerstörer der Städte bringt euch konstant wohl 40 Gold, 40 Meiner, 40 Wissen. Bei der absoluten Brutalo-Strategie, ich renne direkt hin und zerstöre die erste freie Stadt, die ich finde. Gerade auf niedrigen Schwierigkeitsstufen glaube ich auch eine coole Sache. Auf hohen Schwierigkeitsstufen braucht ihr da schon eine gewisse Vorbereitung, bevor ihr eine Stadt so einnehmen könnt. Es ist natürlich, wenn ihr darauf spielt und das mögt, sehr cool. Ich persönlich bin da jetzt nicht der größte Fan von. Ich finde es aber auch einfach, mit dem Patch jetzt okay, aber neue Städte nichts erlangen zu können, ist schon extrem schön. Wir haben das, oder werdet ihr am Freitag auch wieder sehen. Da ist nämlich auch ein Außerweltzerstörer dabei. Selbst als KI auf Brutal nehme ich die dann nicht mal mehr ernst, um ehrlich zu sein. Das heißt natürlich, es ist kein gutes Zeichen. Aber es ist natürlich für so mal ein Spiel, ist es ziemlich cool. Ja, aber für jede Strategie dann auch irgendwo nutzbar für das eine Spiel. Aber jetzt keins, wo ich gesagt habe, nehme ich jedes Mal mit rein. Absolut nichts, wie zum Beispiel Siedler jetzt. Dementsprechend für... Okay, jetzt muss ich erstmal gebacken kriegen, euch wieder reinzuschalten. Für mich schwierig. Also ich weiß ja, dass ich viel damit vergraulen werde, aber ich weiß nicht. Ja, B, C, nee, C wäre zu schwach, glaube ich. Jetzt mit dem neuen Patch auf jeden Fall B und auch besser, weiß nicht, besser nicht. Eine Stufe für mich, B- irgendwo, ähnlich wie die Weisen. Die Weisen haben allerdings immer einen Sinn, ne? So ein Außerweltzerstörer ist halt wirklich nur einmal das Spiel. Also könnt ihr mal sagen, wenn ihr sagt, ich spiele das jeden Tag mit Außerweltzerstörern, oder das macht mir am meisten Spaß, ich finde das ist so dieses Paradox-Nischen-Ding, Außerweltzerstörer, nur hier ist es halt irgendwie komisch gelöst. Ich hätte da eine andere Idee halt irgendwo interessanter gefunden, vielleicht, dass man, wenn man dann Städte angreift, bestimmte Boni kriegt, aber dafür, keine Ahnung, dann wird aus den Städten dann irgendwie Ressourcenknoten oder automatischen Außenposten, der euch extra Ressourcen gibt, wo das trotzdem so ein bisschen ist, als wenn ihr weiterentwickeln könnt. Und in diesem Außenposten könnt ihr dann andere Gebäude bauen, die nochmal vielleicht auch das Gebiet erweitern können, aber halt nicht viel, sondern zwei Slots oder sowas. Keine Ahnung, irgendwer eine spannendere Mechanik, aber ist halt meine Ansichtssache. Dann kommen wir zu dem, was wir eben schon besprochen hatten ein bisschen, und zwar Außerweltvereiniger ist ja das Gegensatz zu Außerweltzerstörer. Finde ich natürlich in Kombination mit Bannerfrosten absolut geil, weil 30% Einnahmen von Vasallen plus 10 Einstellungen ist komplett egal, aber ihr kriegt nochmal eine Einheit dazu und die haben nochmal einen Rang höher. Und ihr kriegt einen Flüsterstein, das heißt, macht ihr auch Vasallenmobilisierung und wollt wirklich die ganze Welt in Ordnung unter euch unterjochen, ist das natürlich ein absolutes Ding. Ich kann schon mal spoilern, ich habe das in dem Video nicht benutzt, weil ich halt eine Einheit kriege, die brauche ich nicht. Dafür habe ich dann lieber halt noch Wunderarchitekten genommen, um möglichst meine Auswahl zu maximieren, die ich bei der Vasallenmobilisierung habe. Trotzdem 30% Einnahmen hört sich erstmal wenig an, die sind auch eigentlich am Anfang relativ wenig. Da reden wir von, keine Ahnung, obwohl geht eigentlich sogar je nachdem, sagen wir 10 Forschungen, 15 Mana, 15 Gold. Aber jetzt rechnend hat man 30% drauf, das heißt 5 dazu bei Gold und Mana und nochmal ungefähr 3 bis 4 bei der Forschung. Und wenn ihr das halt mit 3, 4 Vasallen habt, plus alle Buffs, die ihr noch bekommen könnt durch den Entwicklungsbaum, dann ist das tatsächlich krass. Es ist natürlich Oberflächlich betrachtet irgendwie nicht so stark, aber wenn man da hineingeht und wirklich diese Strategie lebt, dieses Vasallen-Spiel, dann ist das schon ziemlich cool. Obwohl die Vasallen natürlich immer noch sehr oberflächlich sind, kann man, wenn man das richtig schön als Snowball benutzt, extrem abgehen und gerade im Late Game so viele Ressourcen dadurch generieren, dass es wirklich massiv krankhaft ist. Aber ihr merkt natürlich auch einfach, das ist einfach meine subjektive Meinung auch, weil ich diese Strategie extrem mag. Ich habe sie schon mehrmals gespielt und ich hatte wirklich immer Spaß dabei und kann sie jedem nur empfehlen, der sie noch nie versucht hat. Vasallen, Vasallen-Mobilisierung zu spielen, ist halt einfach eine andere Erfahrung. Die kriegt ihr auch nur in diesem Spiel. Von daher, und da ist dieser Trade halt wirklich super cool. Ihr habt am Anfang ein bisschen was fürs Early Game, dann könnt ihr schon direkt zwei Städte beeinflussen und ihr kriegt halt einfach durch jeden Vasallen, auch fürs Late Game, maximal viele Ressourcen und noch einen Rang hoch. Also schon ziemlich eine coole Fähigkeit. Deswegen für mich, wenn Bannerfürsten für mich A sind, dann ist das hier auch A natürlich in Kombination halt mit der Strategie wieder. Das ist nicht das beste A. Da kommen ja vielleicht noch andere. Aber die sind für mich auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, weil sie einfach sich super cool spielen und was Besonderes darstellen. Und die Kombination von denen ist sogar noch stärker als Bannerfürsten, weil Bannerfürsten ist ja nur doppelte oder schnelle Vasallen-Mobilisierung in der Stadt mit ein bisschen mehr Ruf. Wenn ihr dann sagen könnt, okay, das finde ich nicht so gut, dann wählt das auf jeden Fall, wenn ihr die Strategie spielen wollt. Denn hier kriegt ihr noch so viel Boni dazu. Allein schon die Starteinheit ist es ja wert. Aber noch einen extra Flüsterstein. Den könnt ihr auch mit Schatten benutzen, wo ihr dann die Flüstersteine nur den Vasallen von anderen Städten hinzufügt oder anderen Spielern hinzufügt und dafür diese 15 Forschung pro Vasallenstadt, wo ihr diesen Stein habt, hinzufügt. Da könnt ihr schon mal, wenn ihr 4, 5 gegnerische Städte habt und nicht im Krieg mit denen seid, das ist natürlich klar, dann könnt ihr denen schön die Steine dazugeben und habt dann nachher irgendwie 60 Forschung für Lau dazu, was eigentlich eine coole Sache ist. Als nächstes geht noch mal auf die Ordnung. Wir sind mit Ordnung noch nicht ganz durch, aber da gehen wir auf die nächste Stelle. Ich glaube, Veräre des Guten. Ach, ich kenne die Namen einfach nicht gut genug. Ist auch nicht so schlimm. Ah, ich hatte aber recht. Veräre des Guten. Städte erhalten 10 Stadtstabilität und ein Reich erhält plus 5 Imperium pro Stufe. Gute Einstellungen. Das ist diese typische Einstellungsgeschichte. Ich kriege schon mal plus 10 Einstellungen und dann kriegen wir eine Stange und eine Unterstützungswaffe. Ja, Stadtstabilität kann man auch nutzen mit gewissen Gebäuden, die ja Forschung geben und sowas. Ist aber natürlich schon schwierig. Ich finde, gerade die gute Einstellung ist in generellen Paradox, ach nicht, Paradox Triumph Studios spielen. Also Planetfall, Age of Warners 3 und Age of Warners 4. Sehr schwer zu kriegen, weil er müsste, es ist ja sehr oberflächlich, dieses gut-böse System. Und es ist halt wirklich schwer, da hinzukommen. Die 5 Imperium sind cool. Und ich glaube, ihr startet auch schon einigermaßen gut. Ja, genau, bis 10. Gut, das heißt, ihr kriegt direkt 5 Imperium dazu. Das ist cool. Von der ersten Runde an 5 Imperium und 10 Stabilität. Und ihr dürft halt nichts machen, was dagegen spricht, sonst ist das sofort wieder verloren. Und ihr kriegt halt eine Start-Einheit. Von daher ganz gut, solide, aber jetzt nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Trotzdem, Imperium ist halt nie zu verachten. Denkt daran, das ist eine sehr wertvolle Ressource, gerade wenn ich in der ersten Runde bekomme. Das heißt, man kann da so ein bisschen als Nebenfähigkeit, kann man es benutzen für eigentlich alle Strategien, wo ihr viel auf Imperiums-Tree-Baum geben müsst. Vielleicht auch mit den Sieder zum Beispiel, wo ihr dann halt wirklich auch genug Einheiten am Anfang habt und halt genug Imperium, um die vierte Stadt schnell zu bauen. Da ist das durchaus in Ordnung. Ja, wo kommt das hin? Ich würde sagen, auch so B auf B plus, weil es ist eine solide Fähigkeit, kann man nutzen. Ich finde aber auch, ja, aber so auf den, ich würde wieder im Sinne von den allen Dreien halten. Das ist so, ja, kannst du nehmen. Wobei ich die dann ein bisschen stärker sehe, weil sie einfach eine allgemeingültigere Sache ist als die anderen beiden. Hier, das ist wie gesagt manchmal Glückssache, wenn ich die perfekte Zauber habe, ist es genial. Und das hier ist halt so, ja, Spielzimmer. Machst du einmal und danach nie wieder. Dann kommen wir zur Seefahrt. Und zwar haben die die erfahrenen Seeleute im Brunnen ja mal verbessert, von daher müssen wir die ja schon mal ein bisschen beachten. Da eingeschüffte Einheiten erhalten, 20% Schaden. Das ist natürlich super nicht gut. Ihr kriegt einfach Seefahrt, das heißt, ihr könnt 100 Imperium sparen, aber auch nur dann, wenn ihr eine Karte habt, wo es relevant ist. Also auch nichts Besonderes. Die 100 Imperium könnte man notfalls noch geben. Ganz gut ist halt, die Seeprovinzen liefern halt ein bisschen mehr. Wenn man wirklich mit viel See, Küsten und Fluss ist wichtig, Flussprovinzen arbeitet, dann ist das ganz nett, aber ganz ehrlich, also wer spielt das? Wer würde jemals erfahrene Seeleute nehmen, selbst bei einer Wassermap, in Statt irgendwas zu nehmen, wo man wirklich immer von profitiert. Keine Ahnung, es bleibt lahm. Keine Ahnung, weil man da nicht irgendwie was Cooles gemacht hat mit Hybrid Einheiten, die man direkt bauen kann. Zumindest fliegende Schiffe, wenn es sein muss. Oder irgendwelche Spezialeinheiten, die nur diese Society Trade bekommen, damit man wirklich dieses Society Trade nicht einfach sterben lässt. Aber man hat ihn ja schon mal verändern und er ist trotzdem noch lame. Von daher könnt ihr euch schon denken, dass der nicht sehr hoch angesiedelt ist. Ja, wo kommen wir hin? D. Ich kann mal noch C sagen, er hat ja irgendwie seine Utility, aber ganz ehrlich, es ist halt einfach Thema verfehlt, würde ich sagen. Bei der Klausur Thema verfehlt. Also ihr hattet die Aufgabe, mir ein interessantes Spiel zu gestalten und mir eine interessante Fähigkeit zu geben, sodass ich die wirklich gut nutzen kann. und die sollte irgendwie seebezogen sein und dann sage ich, Thema verfehlt. Also das ist mir jetzt nicht genug. Da muss irgendwas mehr sein. Da müssen irgendwelche Schiffe her, da müssen Sondereinheiten hin. Da musst du wirklich massive Buffs sind, damit sich das lohnen. Das Einzige Gute ist halt, wenn du Fluss hast, ist es ganz nett oder halt Inseln spielst. Aber dann, ihr habt die Insel-Map gesehen beim Playthrough mit den Ziegen. Ey, die sind ja katastrophal. Da bringt dir auch nichts, wenn du zwei Ressourcen dazu kriegst. Da hast du einfach keinen Bock drauf. Von daher lassen wir es einfach da liegen auf D und gut ist. Dann gehen wir zu den Fabled Hunters. Die wurden ja tatsächlich genervt. Weiß nicht genau warum. Ich glaube wegen Multiplayer-Geschichten. Weil natürlich 100% Ressourcen waren es vorher, wenn sie eine Plage killen. Wenn man als Wunder säubert oder einen Ressourcenknoten säubert, ist es natürlich ziemlich stark, weil ihr da natürlich ganz früh einen großen Vorteil gegenüber anderen Spieler bekommt. Und ihr kriegt halt noch eine Einheit am Anfang. Und die haben jeweils noch einen Rang dazu. Plänkler und Fernkampfeinheiten. Und ihr bekommt eine Fernkampfeinheit. Kann natürlich auch so sein, dass man dann eine schöne T2-Einheit bekommt. Was ziemlich nett ist. Zum Beispiel auch bei Räubern kriegt man eine Muskete-Schützen. Und man kriegt Furie. Und so weiter und so fort. Nette Sache auf jeden Fall. Kann halt gut snowballen. Aber ist halt auch irgendwo nicht so spannend. Aber natürlich so als gerade Nebenfähigkeit. Weil ihr sagt, ich habe hier eine Strategie mit Fernkämpfern. Dann ist es natürlich sowieso super. Und ich kriege dann ja noch extra Ressourcen, wo ich schnell am Anfang die Wirtschaft fördern kann. Wenn man zum Beispiel jetzt Fleischkultur spielt, also Industriekultur, plus diese Sache und dann maximiert Ressourcen bekommt. Der Speer geht über die Gebirge abklappern. Hier haut ihr jede Plage jeden Ressourcenknoten um. Dann habt ihr natürlich einen riesigen Vorteil. Und ich glaube, das wurde deswegen genervt, weil ein Multiplayer das natürlich extrem Vorteil bringt. Und das könnt ihr auch gegen die KI natürlich super nutzen. Deswegen schwache sind nicht. Ich finde es jetzt auch nicht überragend, aber es muss eigentlich schon deutlich hoch eingeauchtet sein. Einfach, weil man natürlich damit, wenn man es geschickt macht, gerade früh sehr viele Ressourcen für sich gewinnen kann, die man sonst nicht bekommt. Man unterschätzt das, glaube ich. Also ich persönlich unterschätze es, wenn ich dann so vor mich hinspiele und nicht merke, wie viel mehr Ressourcen man bekommt. Und es kann natürlich auch sein, dass man wirklich leerläuft, also nicht sehr viel findet und dann einfach die A-Karte gezogen hat und nicht wirklich was daraus gewinnen. Dann ist es natürlich auch blöd, aber insgesamt natürlich eine recht starke Fähigkeit, trotz des Nerves noch, auch wenn es ein bisschen schwächer geworden ist dadurch. Ja, und dann sortieren wir das mal ein. Und zwar ja, A-A, ja, kann ich euch jetzt hier vor sein, ja, doch auch vor Bannerfluss, weil es einfach allgemeingültiger ist. Man kann es halt immer benutzen, das macht es schon wesentlich besser nochmal. Ich würde es nicht davor setzen, weil dafür ist es zu, das ist jetzt zu krass, wo man wirklich ja massive Buffs bekommt. Wenn man es geschickt nutzt, kann man da richtig, richtig krass abgehen. Hier natürlich auch okay, gerade im frühen Spiel, später hat man aber nichts mehr davon, von den Ressourcen durch Plagen. Und dann ist es natürlich immer schwächer, da ist das hier immer stärker dann im Endgame, würde ich jetzt zumindest behaupten. Dann haben wir die Beschwörde, nicht Beschwörer, was sind es immer Kanalisiere? Gucken wir mal. Ach ja, Begabte Wirker, natürlich. Wir kriegen Kampfzauber freigeschaltet, wir haben mehr Kampfpunkte und Weltkartenzauberpunkte und Kampfzauberkosten, 20% Mana weniger. Finde ich persönlich nicht gut. Kampfzauberpunkte könnt ihr immer durch euren Zaubergottiger bekommen, den Herrscher bekommen. Klar, wenn ich jetzt so sage, urtümliche Säbelzahmenbeschwören oder so, ist es ganz cool, weil ihr da vielleicht noch einen extra beschwören könnt. Aber ich hatte jetzt nicht die Erfahrung, dass ich, wenn ich den Zauberer, Gotti oder den Herrscher nehme, da irgendwelche Probleme mit hatte. Ich finde es halt zu schwach. Und auch 20% weniger Mana. Wenn ihr einigermaßen versteht, wie die Wirtschaft funktionieren, sollte das möglich sein, Haus zu halten, dann nimmt man lieber sowas, wie jetzt hier, Beschwörungskosten sind deutlich, deutlich geringer. Oder die Unterhaltskosten sind geringer von verschiedenen Kreaturen und so weiter und so fort. Also ich persönlich kann schon verstehen, ob man es gut finden kann. Aber ich finde es jetzt aber, weiß nicht, nicht gut genug, um zu sagen, das wähle ich mir. Also Begabter Wirker, da mache ich mal einen Boden drum. Kampfzauber ist ganz nett am Anfang feigeschaltet, aber wer braucht das unbedingt? So ein T1-Kampfzauber gibt es, glaube ich, nur bei Brennen oder so. Also Pyromantenbuch ist ganz cool. Also alles, was so ein bisschen AOE wenigstens hat, aber der Rest ist halt nutzlos. Wenn ihr mir jetzt sagen wollt, ich beginne mit einem zusätzlichen Kampfzauber der Stufe XY und der kostet euch beim Wirken nichts oder nur 10 Mana, sagen wir mal, flat irgendwie so einen Preis, damit ihr zumindest was bezahlen müsst, dann wäre es super geil. Weil dann hattet ihr wirklich was zu sagen könnt, ich will jetzt nur mit Kampfzaubern kämpfen und möchte das von Anfang an machen, dann sieht das ganz cool aus. Oder nimm uns die 10 Weltkartenzauberpunkte weg und gib uns doch einfach 30 Kampfzauberpunkte. Dann wäre es auch cool, weil es dann spezialisierter wäre. So. Der Bildschirm ändert sich egal, was ich drücke. So, dann ordne ich da bei C ein. Also ich finde es nicht gut. Müsst ihr jetzt wissen, ob ihr das so seht oder nicht. Ich finde, es ist C plus irgendwo von mir aus. Aber ich finde es einfach nicht stark genug. Vielleicht verpasse ich irgendwas da, aber man kriegt keine Einheit. Man kriegt halt ein bisschen was von irgendwas, aber halt nichts so richtig cooles. Wenn ich jetzt überlege, dass bei den Beschwörersachen, die ja gleich noch kommen werden, können wir einfach jetzt direkt mal machen, da 50% weniger kostet für Beschwörungszauber sind, ist das doch hier lächerlich, minus 20% nur zu haben. Weil die meisten starken, teuren Zauber, die kann ich mir dann leisten im Endgame, wenn ich einigermaßen meine Wirtschaft auf Vordermann gebracht habe. Oder habe vielleicht dadurch, dass ich kein Mana habe, so eine starke Armee, dass ich sie gar nicht brauche und ich darauf angewiesen bin. Na ja, gehen wir auch mal darauf als Gegenbeweis in meinen Augen. Und zwar die Mana-Kanalysierer. Wirken von Beschwörungszaubern haben wir immer gesehen, minus 50% Mana, was genial ist, Beschwörungen sind pervers stark in diesem Spiel generell. Holt euch immer irgendeine T3-Beschwörung und ihr könnt eigentlich nichts falsch machen, weil dann könnt ihr auch in der Front, gerade gegen höhere KI, schwere KI, immer Einheiten beschwören, was eine unglaublich krasse Geschichte darstellt, weil ihr dann immer Nachschub an Einheiten habt. Dass das nicht die Besten sind, okay, ist halt so. Aber ihr habt auf jeden Fall sehr günstig dann eben beschworene Einheiten. Magischen Ursprungs kriegt auch noch einen Rang dazu, was auch noch cool ist und ihr kriegt auch noch eine Einheit magischen Ursprungs dazu, was also auch noch das Early-Game verbessert. Finde ich tatsächlich sehr cool. Ist nicht übertrieben stark, aber auf jeden Fall in meinen Augen sehr gut. Gerade auch als Nekromant kann ich es auch nochmal unterstützen. Aber generell auch alle, wenn ihr nur Elementare beschwören wollt, geht das. Wenn ihr komplett nur auf Beschwörung gehen wollt, und das geht recht gut, dann ist das natürlich absolut der Zauber oder diese Fähigkeit, die ihr unbedingt brauchen werdet. Natürlich dann wieder die Strategie abhängig. Wenn ihr natürlich jetzt nur in der Stadt Einheiten baut, dann braucht ihr das nicht. Wobei selbst dann hat es einen Nutzen. Selbst dann ist es halt nützlich, weil ihr halt im Nachschub einfach beschwören könnt. Ihr hört euch irgendein Zauberbuch, irgendeine Beschwörung drin, ist T3 oder so. Und ihr könnt da einfach mit raushauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vor oder nach, ich glaube, eine Einheit kriegt man da ja auch. Kriegt man da eine Einheit? Ja, kriegt man. Also irgendwo den Bereich gleich. Ich setze es mal davor, weil es glaube ich noch ein bisschen allgemeingültiger ist. Ich glaube, ich habe da zu viel Liebe für diese Strategie. Wobei halt ein Flüsterstein, 30% Einnahmen und eine Einheit und Einstellung tatsächlich schon ziemlich krass ist. sage ich trotzdem, dass das nochmal allgemeingültiger ist, weil das kann jeder benutzen, bei jeder Strategie. Und wenn es nur ein Notnagel ist, um einfach mal gerade so irgendwie eine Einheit zu bekommen, einen Nachschub zu bekommen. Von daher packe ich das dahin. Können aber auch sehen, wie ihr wollt. Können Sie auch nach hinten, da will ich mir nach vorne, sondern nach hinten setzen. Ich finde es tatsächlich eine sehr starke Fähigkeit. Die geht halt immer. Ist natürlich für bestimmte Strategien einfach besser. Ist hier aber ja derselbe Fall. bei dem Fall ist die Strategie noch nischenhafter als hier. Deswegen glaube ich, passt es, wenn ich sage, das ist vor die, weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall da, wo man die Leute halt, also Vasallen gut angreifen kann, anpacken kann. Dann gehen wir als nächstes, komm machen wir jetzt mal die Ordnung durch, damit das nicht noch länger dauern, auf den Imperialisten glaube ich. Stimmt, ich habe übrigens nicht gesagt, wenn das vom Pantheon freigeschaltet wird. Das seht ihr immer hier an diesem Norbergkranz. Das heißt, vom Pantheon freigeschaltet, könnt ihr euch dann aber wahrscheinlich schon denken. Wenn nicht, könnt ihr ja auch immer fragen. Ich kann euch immer was beantworten dabei. Imperialisten haben, Hauptstadt beginnt mit einer Bevölkerung. Wichtig, ihr könnt nicht die Siedler dazu nehmen, sonst wäre das deutlich besser. Und alle Städte, die eine gemeinsame Grenze mit der Thronstadt haben, haben 20 Stadtstabilität und 20 Gold. Ja, ist halt, ist halt, ja, ist halt irgendwas, ne? Ich meine 20 Gold, sag mal, du hast, also du kannst ja keine Siedler wählen, also hast du zwei Städte, dann kriegst du 40 Gold und 40 Stadtstabilität. Ja, und die Stunden, naja, so 60 Gold, stimmt. Die Thronstadt kriegt das ja auch. Also 60 Gold, 60 Stadtstabilität ist okay, aber ganz ehrlich, ich glaube, das haut doch keinen von uns vor den Socken. Man kann es halt spielen wegen der Bevölkerung noch dazu und wenn man halt am Anfang auch einen guten Goldboost braucht, aber da gibt es halt einfach, da ist zum Beispiel wieder der Jäger besser, weil er kriegt ja einfach direkt diese Spritze rein oder gibt es ja auch noch andere, die da noch kommen, die uns direkt dieses Gold bringen. Deswegen finde ich die ziemlich langweilig. Ich habe sie schon öfter mal benutzt, aber immer so als Nebenfähigkeit, das ist ja nicht strategieabhängig das Ganze, einfach damit man früh irgendwie ein bisschen Gold dazu kriegt, wenn man sehr goldabhängig ist, aber es ist nichts, nichts Spannendes. Ja, dementsprechend der C irgendwo würde ich sagen. D nicht, D ist wirklich reserviert für erfahrene Seeleute. Weiß gar nicht, ob da noch was anderes kommt. Dann nehmen wir noch die Kreuzfahrer hier nach vorne. Das ist der dritte, glaube ich auch, was uns in positiven Einstellungen bekommen, gibt. Das heißt, ihr könnt 20 Einstellungen bekommen, aber schauen wir uns jetzt einfach mal an. Unermüdliche Kreuzritter. Das ist ja auch was Neues. Ich glaube, mit dem Empire is an Ashes DLC reingekommen. Gewährt nach einem erfolgreichen Kampf zwei Imperium für jede getötete Reichseinheit. Nicht freie Städte, nur von anderen Reichen. Diese Belohnung erhöht sich für jede Stufe böse Einstellungen der Fraktion, die ihr sie angehört habt, haben um eins. Ja. Gewährt 30 Konflikten gegen Spieler mit bösen Einstellungen. Ja. Ja. Genau. Das ist es. Man kann natürlich, wenn man relativ früh aggressiv ist, da auch gegen vorgehen, aber denkt dran, die müssen auch böse sein. Wenn die nicht böse sind, bringt es gar nichts. Also wirklich nichts. Das heißt, diese Fähigkeit ist natürlich schon situationsabhängig und zwar auf einem Niveau, das nicht gut ist. Das ist nicht gut, so eine Abhängigkeit zu haben, wenn ihr in ein Spiel reingeht und einfach zufällig alles stehen lasst, könnt ihr das vergessen. Wenn ihr sagt, okay, ich stelle nur böse Leute ein, dann ist es nett. Dann kriegt ihr irgendwann auch extrem viel Imperium. Da könnt ihr auch ordentlich dann alles freischalten, aber spannen halt. Also wenn ihr dann richtig coole T1-Strategie als auserwählter Zerstörer, den ihr übrigens hier gar nicht wählen könnt, von daher geht es schon nicht, unermüdliche Kreuzritter und irgendwas anderes habt, wo ihr euch richtig aggressiv pushen könnt, furchtbar schwärmen oder sonst was und dann schön T1-Einheiten Spam hier. Wie heißen die nochmal? Die Fanatiker, genau. Einfach raus Spam und dann angreifen. Dann kann es vielleicht am Anfang gut sein, aber es ist schlecht. Also in meinen Augen wirklich eine der schlechtsten Fähigkeiten. Vielleicht haben wir sogar doch einen D-Kandidaten, der sich noch zu den Seefahrern hinzugesellt. Ja komm, ich will einfach Leute triggern, das kommt auch noch D. Natürlich besser als Seefahrer, Seefahrer ist das Schlechtste, aber es bringt halt wirklich nur in dem Fall was, dass jemand böse im Spiel ist und ich dann konstant mit dem Krieg führe. Alles andere bringt es nichts. Niemals. Ja, es ist dann nicht mal als situativ zu bezeichnen, sondern als Einzelfall zu bezeichnen. Von daher stecke ich es in D rein. Ihr könnt mich ja gerne für steinigen. Dann haben wir alle Ordnungslinge durch. Ja, dann gehen wir einfach die Reihenfolge weiter. Die großen Baumeister. Große Baumeister. Plus 2 Gold für den Steinbruch. Spezielle Provinz zu verbessern, kosten minus 50% Produktion. Ganz nett. Das Wichtigste finde ich unten das. Hauptstadt beginnt mit Werkstatt und Steinmauer. Steinmauern brauchen wir nicht. Werkstatt ist ganz cool. Ist aber tatsächlich, obwohl ich es eigentlich in meinem Herzen als gute Fähigkeit haben will, nicht sehr stark. Also ihr könnt natürlich ganz auf Steinbrüche gehen, aber jetzt rechnen wir mal wieder. Ihr habt 3 Städte, alle haben 10 Bevölkerung. Dann könnt ihr mal ausrechnen. 10 Bevölkerung, 10 Steinbrüche pro Stadt. 3 Städte sind 30, also sagen wir es, aber wir hätten nur Steinbrüche, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Wir hätten 30 Steinbrüche und die liefern jeweils 2 Gold. Dann wisst ihr, hoffentlich, ihr habt ja gut in Mathe aufgepasst, das sind 60 Gold. Das ist nichts. Das ist ja wie bei Imperialist, nur dass ich dafür nur Steinbrüche bauen muss. Gute ist halt, diese 50% Provinzverbesserungskosten, also Produktionskosten sind tatsächlich deutlich gut, aber halt auch zu nischenhaft. Das macht es natürlich schon okay. Also man kann es nehmen. Ich habe es auch gerne mal immer genommen, weil ich einfach generell diese Idee gut finde, schon mit hier Gebäuden zu starten. Aber Stadtsteinmauer sollte hier sowas sein, wie Werkstatt und Steinmetz oder Werkstatt und Bibliothek. Werkstatt und keine Ahnung, ich weiß nicht, was wäre eigentlich noch gut? Also irgendwie das Einberufensgebäude, das Wissensgebäude, Mana-Gebäude, Schreien, genau. Also irgendwas so installiert, das halt mehr Sinn ergibt. So sind es halt 60 Gold, wenn ich wirklich all in auf Steinbrüche gehe, was völliger Schwachsinn ist. Und ich kriege halt gut die speziellen Provinzverbesserungen gebaut. Das heißt, ich kann meine kulturellen Provinzverbesserungen schneller bauen und so weiter und so fort. Das ist eine gute Sache. Aber sind wir ehrlich, das braucht man nicht so häufig, wenn man einigermaßen einen guten Start hat, den gut geplant hat. Das werdet ihr auch nochmal, oder habt ihr auch in meinen Let's Plays immer gesehen, dann kriegt man das auch so hin. Die Kosten schon runden, also so ist das nicht. Ihr spart ja auf jeden Fall Produktionskosten mit. Zum Beispiel als Voldaler-Herrscher dann hier diesen Produktions-Trade nehmen bei deinem Helden. Hast du das hier schon zehnmal Wett gemacht, dann ist das einfach sinnlos. Von daher ist das auch nicht sehr stark. Wobei die Werkstatt natürlich schon da ein bisschen hilft, zehn Produktionen dazu. Das heißt, wir können schnell bauen, aber es ist halt nichts Besonderes. Dementsprechend kommt es in C. Und zwar noch hinter den Imperialisten, weil Imperialist, da musst du die Städte nebeneinander bauen, kurz eine Provinzverbesserung oder Provinz an dir hängen und schon hast du 20 Gold. Hier musst du erst mal zehn Steinbrüche dafür bauen, damit du 20 Gold bekommst. Oder du hast halt eine günstigere Produktion in deinen Provinzverbesserungen, was ganz nett ist, aber es relativiert halt nicht, dass du dafür einen Trade ausgeben musst. Hier hast du ja, glaube ich, sogar noch eine Einheit dabei. Ich gucke lieber noch mal nach, bevor ich etwas falsch erzähle. Nee, hast du nicht. Keine Einheit dabei. Aber die Bevölkerung, stimmt, das war es. Bevölkerung dabei. Sind beide halt nicht gut, aber ich finde tatsächlich, dass große Baumart, ja wohl das sind auf einer Stufe von mir, sagen wir einfach eine Stufe, da fühle ich mich besser. Alles in Ordnung. Da bleiben wir direkt hier für die Mana-Süchtlinge. Auch eins der Freigeschalteten. Natürlich absolut krasse Fähigkeit in Kombination mit Zauberklingen. Wenn man viel im Kampf kämpft, dann kann man auch begabte Wirker tatsächlich hier mal nehmen. Braucht er nicht unbedingt, aber kann man dann nochmal ergänzen dazu. Ihr kriegt eine Kampfeinheit, eine Unterstützungseinheit dazu. Eines von beiden. Und die kriegen jeweils einen Rang dazu, was schon mal cool ist. Also ihr spielt hier auf jeden Fall auf Kampfmagier, das ist schon mal klar. Und alle Einheiten erhalten Anpassung Mana süchtig. Wenn ein verbindender Kampfzauber gewirkt wird, erhält diese Einheit für eine Runde Lebensraub. Lebensraub ist halt total imbar. Das heißt, Fernkraft und Nahkampf kriegen dadurch Lebensraub. Wichtig ist so, wenn kein Kampfzauber gewirkt wird und deswegen wäre dann tatsächlich begabte Wirker ganz nett dabei, kriegt er minus 5 Moral. Es gibt aber noch einen anderen Society Trade. Das wäre hier unten der Schatten Society Trade. Unglaublich, dass man das überhaupt mal als nützig findet. Wäre der hier natürlich wesentlich besser, weil ihr kriegt einfach viel mehr Kampfzauberpunkte pro Kampfeinheit, Kampfmagier Einheit und Unterstützungseinheit und kriegt noch einen Rang dazu. Das heißt, ihr kriegt zwei Ränge und kriegt nochmals eine Einheit dazu. Also zwei Kampfmagier oder zwei Unterstützungseinheiten oder eins von beiden dazu. Dadurch natürlich eine viel coolere Kombination. Deswegen bleibt leider begabte Wirker noch immer so tief. Lebensraub heißt halt wirklich, dass sie sich dann alles raushauen, was es gibt. Also sie durch jeden Angriff immer hier zehn HP heilen bei wiederholten fünf. Aber dann könnt ihr halt fünfzehn Trefferpunkte zurückholen, was sehr cool ist. Ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt nochmal generft worden ist oder so. Die ist natürlich trotzdem situativ. Die spielt man mystisch, wenn man viele Kampfmagier Einheiten hat und dann ist das cool. Alle Einheiten heißt ja eigentlich auch immer die Kultureinheiten. Das heißt nicht, dass es jetzt der, keine Ahnung, beschworene T5 Erdkoloss hat, der jetzt auch der Mana süchtig ist. Also außer, das haben sie irgendwann geändert, ist das nicht so. Fand ich dann auch immer etwas speziell. Aber alle von euren Einheiten, die ihr hier seht, also Kultureinheiten, deswegen hauptsächlich mystisch, weil ihr da die T3 Zauberbrecher bekommt und die sind extrem stark. Damit könnt ihr das Spiel einfach gewinnen. Da braucht ihr keine T4 und T5 Einheiten. Könnt ihr höchstens als Frontline noch benutzen. Zauberbrecher reichen vollkommen aus, um ganze Armeen zu zerfetzen und mit Mana süchtig kriegt man halt schönen Lebensraub dazu. Das kann ich aber wie die Einschränkung sagen und ich glaube, ich bin eine Schäde auch wieder allein, weil die meisten sagen, geil, Alter, was geht? S-Tier, hau rein, jo, besser geht's nicht. Das Problem ist aber, wenn ihr eure Einheiten gescheit stellt, werden Kampfmagier eigentlich nie, nie Schaden bekommen. Weswegen der Lebensraub cool ist und auch sehr gut ist, aber jetzt nicht S-Tier in meinen Augen, weil dafür ist es, wenn ihr gescheit spielt, und ich habe ja jetzt wieder viele Runden gespielt, dann kommen die nicht in den Kampf, dann werden die bei Autoresolves kaputt gemacht, klar, aber dann kommen die eigentlich nicht in den Nahkampf und wenn die in den Nahkampf kommen, so dass sie wirklich überrannt werden, sind die eh tot. Da hilft auch ein Lebensraub nicht von 5 HP und da ist es sehr cool und es ist auch ein absolutes Freudenfeuer, wenn man Mana süchtling plus die mystische Sternenklinge oder mythische Sternenklinge plus AOE-Effekt und am besten noch die Leichen platzen lassen, da habt ihr natürlich ein richtiges Freudenfeuer, aber es ist nicht das Beste. Da ist sowas wie diversierte Siedler einfach immer besser, weil es einfach deutlich stärker ist. Ja, dementsprechend kommt es A+, natürlich ganz klar, ich kann jetzt auch S- sagen, aber ich sage A+, ist einfach meine Meinung. Ich fand es lustig, das zu spielen, aber es ist auch nicht so, dass ich jede Runde das nehmen würde, es ist ja eine spezielle Sache, ich muss gute Kampfzauber haben, muss mir überlegen, was sind gute Kampfzauber, was sind gute Kampfzauber, die ich auch jede Runde einsetzen kann oder ohne jedes Mal alles Mana auszugeben, was sind gute Kampfzauber, die auch einen guten Nutzen noch haben, bla 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 bla, also es ist schon eingeschränkt, trotzdem eine sehr starke Fähigkeit, brauchen wir nicht drüber zu reden. Dann kommen wir zu Wunderarchitekten, auch wieder ein spezieller Platz in meinem Herzen. Ach, nicht Wunderarchitekten, Kunsthandwerke natürlich, ich wusste was ich meine, aber der Name wieder falsch und zwar eine coole Idee, dass es sowas gibt, dass der nicht mal genervt oder gebufft wurde, weiß ich auch nicht, dass Stadtbauwerke kosten 100% mehr Produktion, ist natürlich schon mal extrem nervig, gewährt aber zusätzlich zu ihren normalen Effekten plus Einstabilität, also das lächerliche Einstabilität ist zu wenig, könnten auch 5 sein, dann wäre es cool und plus 5 Gold, ja, ist ganz gut. Das Wichtigste ist eigentlich natürlich volksspezifische Einheiten, die Einheiten Stufe 3 haben, erhalten den Rang, äh, einen Rang plus 1. Wichtig, volksspezifische Einheiten, das heißt, nur eure T3-Einheit von eurer Kultur, sonst kriegt nix einen Rang dazu, finde ich ein bisschen schade und ihr startet natürlich mit einer zusätzlichen Einheit der Stufe 3. Das spiele ich, wenn ich zum Beispiel Bastion auf einen, auf eine Spinne setze, auf einen Wolf setze oder sonst was, dann ist das super cool, weil eine Bastion am Anfang im Early Game euch fast jeden Kampf automatisch machen lässt, wo die Bastion so brutal stark ist, wenn sie jetzt auf so einem Elefanten auch sitzt mit 15 AP mehr, dann kannst du eigentlich nicht mehr verlieren. Problem ist aber, ihr kriegt auch ein Stadtlimit weniger, das heißt, ihr könnt nur zwei Städte bauen, bevor ihr 200 Imperium ausgeben müsst. Das heißt, ihr kriegt zwei negative Dinge, um einen Lala, so Lala, einen Bonus zu bekommen und halt einen richtig coolen, nämlich diese Ränge höher, wobei das coolere ist, natürlich die Einheitsstufe 3 zu bekommen, weil die euer Early Game natürlich tatsächlich herabsetzt. Ist aber einfach mit dem ganzen Mali zu schwach einfach. Weniger Stadtlimit, einfach so, ist brutal. Natürlich, wenn ihr jetzt diese Karte spielt, wo ihr Megastädte habt, okay, aber ansonsten halt total schlimm, richtig brutal für euch, weil ihr braucht die Wirtschaft und 100% mehr Produktion heißt, ihr habt in den ersten Runden einen extremen Nachteil und da wiegt auch nicht eine Stadtstabilität. Was ist das eigentlich? Warum eine Stadtstabilität? Egal, Entschuldigung. Und 5 Gold nicht auch. Das reicht einfach nicht. Und guckt euch an, was ihr braucht, um die Stabilität zu erhöhen. Ich möchte jetzt, während 1 bringt gar nichts. Und ihr baut jetzt nicht 100 Gebäude da drin, sondern ihr baut halt, was baut ihr insgesamt? Sagen wir mal 20 Gebäude. Dann habt ihr insgesamt am Ende 20 Stadtstabilität, was ihr oben durch Imperialist oder durch andere Fähigkeiten sofort bekommt. Von daher, ist eine coole Idee. Umsetzung ist kackig. Es ist auch nie geändert worden. Kann ich nicht verstehen, warum. Da müsste mal unbedingt gebufft werden oder verändert werden, dass es sinnvoll ist. Ja, deswegen C plus B Minen. Ne, C plus. C, C. Ja, weiß nicht. Ich sag mal, auf die gleiche Stufe. Es ist schon mit Bastion, hab ich's mal gespielt. Bastion auf dem Pferd. Oder jetzt wieder das Mammut-Elefant, wo der wirklich dann schon 120 AP hat. Rüstung wie sonst war. Schildträger auf dem Mount einholen mit Teleportation. Brutal am Anfang. Auch für aggressive Strategien dann tatsächlich. Aber ihr seid natürlich massiv genervt, also massiv zurückgehalten durch eure Wirtschaft, durch die Produktion, die ihr da viel weniger habt. Und dass ihr nur zwei Städte gründen könnt. Von daher, ja, C. Ich könnte auch C. Ich könnte auch hier sagen. Also da ist, glaube ich, Imperialist sogar noch besser. Imperialist besser auch als Kanalisieren? Ach, egal. Ja, so irgendwie. Die sind so auf einer Ebene irgendwo, haben irgendwie ihre gewissen Nachteile. Von daher passt es schon irgendwie. Jetzt kommen wir auch zum ersten Schatten. Den haben wir eben schon besprochen. Ich glaube, das ist dann auch, machen wir jetzt einfach mal die Schatten nach vorne. Da gibt es ja auch noch immer nur vier. Da sind keine neuen dazubekommen. Und zwar Sprosse des Bösen. Ähnlich wie bei oben Verehrer des Guten, wie es heißt, haben wir hier Städte erhalten, plus 10 Einberufung und ein Reich erhält plus 5 Imperium pro Stufe. Böse Einstellungen hatten wir ja oben auch. Die Einberufung nicht, aber die Imperium, das Ereinkommen von Imperium. Minus 10 Einstellungen, jo, das ist natürlich klar, damit wir direkt ein plus 5 Imperium haben. Was aber hier besser ist, ist Einheiten werden mit plus 1 Rang rekrutiert, also alle, wenn du die maximale Böse Einstellung hast. Und Böse ist leichter zu erreichen als gut, von daher nicht schlecht und man kriegt eine Schild- oder Schockeinheit dazu. Das kann also eine T2 Einheit sein, wenn ihr Glück habt, aber ihr habt auf jeden Fall noch schon mal eine Einheit dazu. Ist noch ein bisschen besser als Verehrer des Guten, von daher, sonst ist es ja eigentlich fast dasselbe, nur ihr könnt leichter Böse erhalten und ihr kriegt diesen plus 1 Rang für alle Einheiten, wenn ihr maximal böse seid. Wo habe ich denn Verehrer der Guten? Ist das das hier? Also müsste es auf jeden Fall davor sein. Kann man auch A- nennen, ich glaube schon, dass es ziemlich stark ist, auch besser als Bannerfürsten, weil es halt allgemein, also das ist so eine Off-Berehrigkeit, könnt ihr eigentlich bei jeder Strategie nutzen. Die ist immer gut, hat immer einen Vorteil, immer eine Starteinheit dabei. Eigentlich müsste Verehrer des Guten dann auch in A rein. Machen wir B+, ist okay. Und ist besser halt, weil es leichter zu erreichen ist. Gut zu sein, ist tatsächlich schwer. Das ist nicht nur in der echten Welt so, meine Freunde, sondern auch in Age of Wonders 4. Ein bisschen ist da Philosophie dazu. Okay, dann gehen wir zum nächsten, das haben wir eben schon ein bisschen gesehen, die Heraufbeschwörer. Oder mächtige Beschwörer. Ach Leute, ist ja auch egal. Vier Schatteneigenschaften, die sind fast alle okay. Mächtige Beschwörer haben eben gesagt, in Kombination mit Mana-Süchtigen ist sehr cool. Generell kriegt ihr wieder eine Einheit dazu, damit immer gut. Könnt aber eigentlich mit dieser Fähigkeit nur auf Unterstützungseinheiten, die man nicht in Massen spielt, in meinen Augen. Und Kampfmagereinheiten, die super krass sind, spielen. Von daher ist es damit automatisch gut. Aber für alle anderen Strategien, alle anderen Strategien, ist es halt komplett nutzlos, außer ihr wollt irgendwie eine Einheit unbedingt noch auf Biegen und Brechen dazu haben, die eine Kampfmagereinheit oder eine Support-Einheit ist. Dann ist es eine coole, ja nicht coole Sache, sondern dann ist es halt irgendwie so ein Notnagel. Macht man dann mal, aber ja, alle anderen Strategien haben nichts davon. Und eigentlich auch nur die Strategien, die mit Kampfmagier auf Kampfzauber gehen. Von daher auch sehr mittelmäßig, nichts Besonderes, nicht wirklich besonders gut. Wo kommt das hin? Ich würde so hier B-3+, ich würde es, also man hat ja schon die Einheit dazu. Weiß nicht, ich würde es glaube ich C-plus nennen, oder? Nämlich B-. Ich komme, ich mache es da hin, wo ich meine, für eine Strategie gültig und dann auch nur, wenn man bestimmte Sachen dafür, ja, nicht verbiegt, aber nur auf diese Strategie spiele Kampfzaubern, kämpfen. Kann es auch B- nennen, ihr habt es gesehen, B-3+, 3+, wie auch immer, eins von beiden. Sucht es euch aus, was ihr lieber habt, damit er mich nicht steinigt. Gucken wir uns einmal, oh ja, jetzt wird es richtig gut, stimmt, oh, da fällt mir ja noch was ein, da fehlt ja noch eins von diesen ganz speziellen Society Trades. Und zwar, der Name schon, türkische Beobachter, ja, da muss ich erstmal einen kurzen Schluck trinken, sonst falle ich gleich vom Stuhl, so stark ist das, ich stehe zwar eigentlich, aber egal, ich falle trotzdem vom Stuhl. Haltet euch fest, Effekte, Stadt und Provinz haben plus zwei Sichtweite, ja, S, brauchen wir nicht drüber zu reden, oder? Das ist ja kompletter Schwachsinn, Sperreinheiten haben Universalzahnung, boah, echt nicht nützlich, Außenposten haben bereits zu Beginn die Wachtturmverbesserung, mehr Sichtweite, Außenposten, wie geil, oh mein Gott, was ist das ey, und Wegfinderverzauberung ist bereits aktiv und kostet keine Versorgung, ja okay, das kann man wenigstens nutzen, und ihr habt eine Sperreinheit mehr, aber es ist halt Trash, also sorry, aber ich glaube, das ist sogar noch schlechter als Seefahrer, weil ich kriege hier nur Sicht, ja erkunden ist wichtig, aber sind wir ehrlich, Edge of Wonders 4 hat jetzt nicht irgendwie so einen Erkundungsmechanismus, dass ich innerhalb der zwei Runden irgendwie einen krassen Vorteil habe, wenn ich Naturwunder, XY als erstes entdecke und dann dahin gehe und mir das und das dahin mache, es ist halt einfach extrem schwach, brauchen wir nicht drüber zu reden, wer da anderer Meinung ist, sorry, aber da kann ich objektiv sagen, das ist nicht gut, ja alles andere können wir darüber diskutieren, das hier ist einfach schlecht, dass das noch nicht geändert worden ist, zeigt in meinen Augen von einem absoluten Versäumnis, dann sieht man, dass die Society Trades gar nicht mehr angeguckt werden, oder zumindest in meinen Augen nicht mehr angeguckt werden, außer Starke werden genervt, aber sowas muss gebufft werden, das ist ja gar nichts, das ist wirklich nichts, ja egal, mein Randon Inside, ja, da haben wir sogar noch eins, das ist schlechter sogar als jetzt die neue Variante von Seeleute, es ist halt so nutzlos, und wie gesagt, es gibt vielleicht eine Nischestrategie, wo ihr Sperreinheiten mit den Spinnen, früher mit den Netzen, das habe ich auch schon mal gezeigt tatsächlich, mit den Netzen relativ cool als Kampfeinheit benutzen könnt, aber das klappt halt nicht mehr, seit die Netze genervt worden sind, das heißt, das hat seinen Sinn komplett verloren, weil da hattet ihr dann zwei Sperreinheiten am Anfang, hattet euren Helden und konntet mit diesen Netzen nur mit manuellen Kämpfen halt extrem abräumen, wenn ihr dann zum Beispiel noch den, wie heißt er immer, meisterhaften Bauer, also das hier oben genommen habt, für eine Bastion mit Spinne, hattet ihr wirklich eine Armee, die extrem schlagkräftig war, aber wie gesagt, seit die Netze weg sind, ist es nicht mehr sinnvoll, ihr könnt mich ja gerne mal überzeugen, ob ich hier einfach nur mit zwei übertreibe, ich finde es komplett Müll, dann gehen wir zu Eloquenz, Eloquenz, Erklärungen kosten minus 50% weniger, weiß ich nicht, nicht gut, Handelsabkommen in freien Städten kosten sich minus 100% Ressourcen, ist cool, für die Basallen-Strategie, aber da gibt es halt andere Sachen, die deutlich besser sind, und ich habe hier eine Speer-Einheit, und Hof der Flüsterer, und da kriege ich einen Flüsterstein dazu, das heißt, wo ich habe diese Fähigkeit aus Schatten, Schattenbaum schon weg, das heißt, ich kann nicht maximal auf 1, 2, 3, 4, 5 kommen, sondern nur auf 4, weil das hier nicht wie oben einfach plus 1, weil auserwählte Vereiniger, nicht einfach plus 1 Flüsterstein, sondern hier hat man wirklich die Fähigkeit des Imperium-Baums schon durch, das heißt, ihr kriegt den nur durch diese Hufte Flüsterer, ihr kriegt nicht insgesamt 5 Steine, von daher, ja, ich meine, braucht man 5 Steine, das ist jetzt auch wieder die andere Frage, ja, und ihr kriegt eine Speer-Einheit, was, naja, weiß ich nicht, also Handelsabkommen, und das ist es, deswegen ist es jetzt nicht D, weil Handelsabkommen sind tatsächlich, darf man nicht unterschätzen, wenn ihr mit 4, 5 freien Städten euch jeweils die magischen Ressourcen oder eher sogar Wissen holt, und damit 100 Wissen netto kriegt oder so, ist es cool, mit Kombination mit anderen geht es dann auch, ist trotzdem natürlich auf keinen Fall stark, aber sagen wir mal, ihr hättet jetzt Außerwert für einiger, hättet dann Ordnung und Schatten schon mal beides auch freigeschaltet durch Eloquenz und könnt dann halt die Ressourcen, die ihr aus euren Vasallen rausfällt, maximieren, ist das schon ziemlich cool, aber, ja, ich glaube, Hof der Flüster ist aber auch das, wo man die Steine auch den Vasallen hinzufügen kann, auch wenn sie, also wenn sie schon von anderen Vasalisiert sind, das auch ganz nett ist, und ich glaube auch das mit den 15 Forschungen, aber da müsste ich jetzt wieder ins Spiel gehen, habe ich gerade nicht so Lust drauf, bin mir nicht ganz sicher, meine aber schon, ja doch, ist doch hier, zuweisen, um deren Tribut zu erhalten, genau, nee, das ist es richtig, deren Tribut zu erhalten, das ist natürlich ziemlich cool, ihr kriegt halt dann trotzdem Tribut, wie gesagt, ist eine nette Sache, könnte man dann auch freischalten, deswegen nicht detier das nicht, aber auch nicht viel mehr, da hätte eine bessere Einheit zugepasst, statt Sperreinheit, oder drei Sperreinheiten, nein, das ist jetzt nicht, aber irgendwie eine andere Einheit, oder noch irgendein Buff, der dazu kommt, nicht Erklärungen kosten, minus 50%, eine Freundschaftserklärung, Rivalitätserklärung, machen wir eh schon selten, und wenn, kosten die halt dann, statt 100 Gold, 50 Gold, und statt 10 Gold pro Runde, 5 Gold pro Runde, wow, nicht so besonders, dementsprechend, C, und zwar hinten irgendwo, können sie auch noch ein bisschen nach vorne gehen, aber ich finde, dafür ist die Stärke einfach zu nischenhaft, zu sehr auf Vasallen aus, und gleichzeitig kann ich aber eigentlich da bessere Fähigkeit finden, wenn ich auch im Krieg mit den Vasallen bin, bringt es gar nichts, weil dann kann ich kein Handelsabkommen machen, von daher eher C-, dann gehen wir mal zu den kleinen Rädchen hier, und die Ratten sind natürlich die fruchtbaren Schwärmer, ist ja klar, Städte benötigen weniger Nahrung, um eine Bevölkerung zu erhalten, minus 10% ist okay, schnelles Wachstum ist immer gut, folgsspezifische Einheiten der Stufe 1, haben den Rang plus 1, ist auch gut, Einheiten, die nicht magischen Ursprungs sind, und das ist ultra stark, benötigen minus 20% Einheitenversorgung, alle Einheiten, die nicht magischen Ursprungs sind, minus 20% Einheitenversorgung, ist extrem stark, ich spiele diese, ich bin ja nicht so der Rusher, mit Tier 1 Einheiten, geht natürlich auch ganz gut, ihr habt ja halt eine Stufe 1 Einheit dazu, habt einen Rang dazu, für folgsspezifische, könnt dann auch auf dieses Ordnungsbuch gehen, wo ihr die Einsauer haut, oder halt natürlich das Hordebuch, ist ja klar, und dann einfach Ruschen, ja wem das Spaß macht, ist es eine coole Sache, aber das hier ist halt allgemeingültig, dann minus 20% Einheitenversorgung, für immer, ist auch später noch sehr, sehr gut, deswegen ist die Fähigkeit natürlich schon sehr stark, einfach weil es ein Rundumpaket ist, wo man sich wirklich fragt, warum haben andere Trades dann negative Dinge, wenn das hier einfach so, da ein Bonus, da ein Bonus, da ein Bonus, aggressiven Bonus, später ein Bonus, ein Bonus, der auch immer aktiv ist, wie das Städtewachstum, ja ist halt schon ziemlich krass, von daher auf jeden Fall sehr stark unterwegs, ob man jetzt Ruschen will, oder langfristig einfach hier die Einheitenversorgung sparen will, 20%, ein Fünftel könnt ihr noch weiter buffen, mit nochmal 20% durch den Helden, und nochmal Gläubiger, zum Beispiel hat er minus 50% schon, das ist schon ziemlich pervers dann, da könnt ihr im Armeenhaltensfeld führen, die sind schon krass, von daher eine allgemeingültige, gute Fähigkeit, es gibt natürlich bei gewissen Strategien bessere, aber ihr könnt hier wirklich ein frühes Spiel gut gewinnen, oder gut starten, weil ihr halt sofort Boni habt davon, mit den Stufe 1 Einheiten, und ihr kriegt später trotzdem noch immer irgendeinen Effekt, den ihr sowohl durch die Nahrung, als auch durch die Einheitenversorgung bekommt, und deswegen kommt das doch in S, würde ich sagen, bin zwar eher so der A-Plus-Typ, aber ich würde sagen, es ist einfach von, genauso wie beim versierten Siedler, von dem Ganzen, was man da bekommt, zu gut, und deswegen will ich da auch nicht lange, zu sehr diskutieren, auch wenn ich nicht der Fan, von der 1 Rush Strategie bin, weil ich finde es einfach, das Spiel ist eh viel zu kurz, und dieses Horde Gedöns, geht mir einfach nur auf den Nerv, ich mag das halt nicht, dass es dann auch immer so, als ein bisschen swaggy dann ist, naja, jo, ich rush hier alles runter, guck mal wie cool das aussieht, bin ich überhaupt nicht der Fan, da mag ich lieber ausgedachte Strategien, lange Strategien, die dann wirklich später Früchte tragen, aber das ist ja auch nur meine Meinung, von daher subjektiv, würde ich es halt vielleicht auch hier hinsetzen, ich glaube objektiv gehört es schon eigentlich hier hin, weil es einfach einen super Bonus, all around gibt, wir haben eine Einheit, wir haben super Fähigkeiten, die immer wirken, von daher passt das schon, dann zunächst, Ritual Kannibalen, wir haben alle Einheiten, haben Leichenfressen, wir haben natürlich auch wieder Einstellungen, Minus haben wir bei mehreren ja noch, damit können wir natürlich auch wieder unser, hier heißt es Spross des Bösen, genau, Spross des Bösen, buffen, und dann natürlich schneller auf die coolen Effekte, die kommen durch Böse, da müssen wir wohl, ne, auf sehr Böse, da müssen wir wohl Minus 40 schaffen, aber Minus 20 könnten wir schon zusammen kriegen, plus halt die Kultur, Finster, ne war es doch, ne genau, Finster hat auch schon direkt, Minus 10 einstellen, habt ihr schon Minus 30, was ganz cool ist, und ja, was können das, Ritual Kannibalen kriegen, alle Leichenfressen, 15 AP heilen, ohne einen Aktionspunkt zu verbrauchen, super stark, sehr coole Fähigkeit, gerade wenn man mit Nahkämpfern kämpft, und Nahkampfstrategien macht, ist das eine sehr gute Fähigkeit, wenn ihr wisst, halt so Glaskanonen, die halt schnell noch mal eine Heilung brauchen, ist das sehr gut, und jedes Mal pro Stufe, der getöteten oder verlorenen Einheit, die nicht magischen Ursprungs ist, das ist wichtig, nicht Untote oder sonst irgendwas, kriegt ihr dann, ups, kriegt ihr jeweils drei Nahrung, drei Mana, hab ich ja schon mal in meinem Let's Play, guckt es euch an, auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mit Belia, die Stille, der Stillen, hab ich das ja genutzt, Ritualkannibalen, und gnadenlose Räuber, so dass wir über jeden Kampf, so viel massiv, massiv viel Ressourcen bekommen haben, das ist wirklich, brutale Kombination, das kann ich nur empfehlen, macht wirklich Bock, aber ihr müsst natürlich auch aggressiv vorgehen, aber halt, ich find's cooler, als diese T1 Spam, weil ihr halt immer was davon habt, aber nicht gezwungen seid, direkt total aggressiv zu sein, ihr kriegt das ja auch, durch normale Kämpfe, in eurer Umgebung, durch Erkundung, ist ja bei fruchtbaren Schwärmern auch so, nur hier find ich's irgendwie, man muss mehr dafür tun, um einen Bonus zu erhalten, und wie gesagt, Leichtfressen ist halt einfach super cool, als Fähigkeit, von daher, ziemlich, ziemlich coole Fähigkeiten, noch nicht so gut wie fruchtbare Schwärmer, allgemein, aber schon ziemlich nah dran, also ziemlich, ziemlich stark. Ja, so, das kommt, ja, A, ne, irgendwo in A, würde ich sagen, das Mana Süchtling ist, glaube ich, noch immer was besser, eigentlich würde ich das so auch besser sehen, ja, weiß ich nicht, das kommt auf die Strategie an, ich finde, das ist so, das ist so eine Reihe, ne, hier Kampfmagier, hier nur beschworene Einheiten, die man aber immer benutzen kann, deswegen ist es so weit oben, obwohl es ja eigentlich nur eine flette, Kostenreduktion ist in dem Sinne, und eine Einheit, hier haben wir halt wirklich, für Nahkämpfer, super coole Sache, auch wenn man Leichen fressen kann, dadurch HP dazu kriegen kann, und hier haben wir halt die Vasallenstrategie, mit dieser Auf jeden Boni, die wir auch super brauchen können, also ich finde generell, diese Art hier, das sind halt Sachen, das ist so ein bisschen Liebessache natürlich, aber das hier vorne sind eigentlich alles Sachen, die man immer wieder irgendwo gebrauchen kann, um irgendwo einen Vorteil zu gewinnen, man muss natürlich gewisse Strategien angehen, wie hier nur mit Kampfmagiern, aber insgesamt ist es tatsächlich sehr gut möglich, ne, die Mana Süchtlinge kriegen ja auch die Nahkämpfer, ne, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt auf Kampfmagier gehen, aber es klappt natürlich mit Kampfmagier, muss man einfach sagen, am besten, aber mit Nahkämpfern ist es natürlich auch sehr gut, deswegen ist es ja A+, und auch immer hier mit vorne dabei. Jo, gehen wir weiter, ah, jetzt kommt für mich auch wieder ein Liebling, die Runenschmiede, ja, wow, ich hab's mal richtig gesagt, das ist einfach sehr cool, weil es einfach auch wieder so eine Kostenreduktion ist, und zwar eine dauerhafte, erstmal kosten alle, ne, ich betone alle Forschungen, von Einheitenverzauberungen, minus 30% Wissen, da wisst ihr jetzt schon, warum ich sage, dass die alten Weisen nicht so cool sind, weil wenn ich das vergleiche, hab ich jeden Zauber, den ich gezielt auch einsetzen will, weil ich schalte ja Bücherfreiheit, nach dem Effekt, dass ich sage, okay, ich brauch hier diese Einheitenverzauberung, ich brauch das und das, die Transformation und so weiter, das heißt, ich weiß, ich krieg hier meine Zauber, die ich haben will, auf jeden Fall günstiger, was super krass ist, und die Versorgung kostet minus 30%, und jetzt denkt man, was ist das denn, bei den zwei Männern, ne, wenn ihr nachher sechs Armeen habt, mit fünf Verzauberungen, die euch dann insgesamt vielleicht 300, 400 kosten, oder sagen wir mal, sind wir nett, sagen wir mal 200 Gold, 200 Mana oder sowas, dann rechnet mal 30% davon weniger, das sind schon mal so 60 Gold, 60 Mana, das ist schon, also ich hab mich jetzt gerade verrechnet, ist schon nicht schlecht, ne, so ein bisschen mehr sogar noch, ne, und ihr kriegt tatsächlich noch eine Einheit dazu, was so krass ist, weil ihr habt eine krasse Reduktion, und ihr kriegt noch ein Schild, oder eine Stangenwaffeneinheit, und einen Rang dazu, super, super, super stark in meinen Augen, absolutes Favorite von mir, nämlich eigentlich immer, wo ich immer denke, ey, du musst mal was anderes nehmen, aber im Endeffekt geht's, wenn ich Richtung Forschung gehe, immer wieder darauf zurück, und auch wenn ich eine gute Wirtschaft haben will, ist es halt so solide, wenn ich nicht gerade Vasallen spiele, dass ich hier raufgehe, um halt da viel Geld zu sparen, gerade auch brutal, braucht ihr jede Unze, jedes bisschen Gold, und müsst schnell vorankommen, und da ist sowas natürlich extrem mächtig, gerade, wie gesagt, diese minus 30% Flat Wissensreduktion, wenn nachher die Zauber 6, 7, 800 kosten, könnt ihr mal ausrechnen, was 30% sind, da reden wir mal von 1000, 1000 Forschung sind 300 Wissen weniger, pro Vereinheit Verzauberung, das heißt, habt ihr 5, 6 davon, die 1000 kosten, dann habt ihr insgesamt 6 mal 300, also 1800, das sind fast 2 Forschungen günstiger, das ist richtig, richtig krass, auch um die weiteren Bücher freizuschalten, von daher liebe ich diese Fähigkeit, deswegen kommt die für mich auch auf jeden Fall in der S, ich würde sie sogar, tatsächlich für mich persönlich, ich weiß, da kann man sich wieder dran, gewussten, aber für mich persönlich ist es die beste Fähigkeit, die ist so massiv stark, also zumindest die beste bisher hatten, ich weiß nicht, ob da noch was anderes kommt, aber die ist so massiv stark, die ist immer gültig, ihr braucht immer Einheiten Verzauberung, sie ist immer super, ja, ihr könnt mir einen Gegenbeweis bringen, aber ich finde sie einfach genial, und dann kommen wir zu den plündernden Räubern, die gnadenlose Räuber, haben wir eben ja schon erklärt, nächste eigene Stadt erhält, 3 Gold, 3 Einwurfen, Pro Stufe der getöteten Einhand, minus 10 Einstellungen, und ihr erhaltet 2 zufällige Gegenstände, die Ritualkannibalen sind, schon besser durch Leichenfressen, aber hier habt ihr halt 2 zu viele Gegenstände, wobei die meistens nicht so super sind, aber ja, hält sich das die Waage, ich finde die gnadenlose Räuber noch ein bisschen schlechter, aber ist auch wieder so ein bisschen, hält sich fast die Waage, also sind sehr ähnlich, ich würde sie nicht so hoch einordnen, generell diese, dieses Gold zu bekommen ist cool, ich finde sie aber doch dann irgendwie ein Tier schlechter, weil Leichenfressen hat das halt für mich in A gebracht hier, das andere ist ganz okay, das ist gut auch, wenn man da richtig drauf geht, und nicht gegen magischen Ursprung spielt, aber das Leichenfressen ist halt das Besondere, kostenlose Aktionen, 15 HP, für alle Einheiten pro Leiche, ist schon ziemlich cool, kann auch sein, dass ich mich da vielleicht sogar zu hoch ansetze, aber hier würde ich sagen, ein Tier drunter, weil die Gegenstände meistens nicht gut sind, also kommt das hier runter irgendwo, man kann es immer anwenden, ich würde es hinter vorher verguten, mich da irgendwo so hin anordnen, die Chaosfähigkeiten sind generell sehr stark, wie ihr sehen könnt, da gibt es eigentlich keinen Ausreiß, also gut, Zerstörer ist halt wieder so eine Sache, aber keinen großen Ausreißer in meinen Augen, von daher passt das glaube ich schon so, dann kommen wir zum Wunderarchitekten, auch für mich eine spezielle Fähigkeit, auch bei der glaube ich, werden viele sagen, voll schaden, nicht so gut, und so weiter, er hat ein neues Symbol, ist aber richtig, das müsste Wunderarchitekten sein, ihr wisst was ich meine, müsste uns auf jeden Fall noch fehlen, ich mag es sehr gerne, ich kann auch verstehen, dass sie sagt, ey die sind kackes, weil es ist halt natürlich, der Bonus ist halt sehr speziell, aber ihr müsst bedenken, alte Wunder können dann auch direkt kostenlos an euren Außenposten angebaut werden, das heißt, ihr kriegt schon mal schön 5 Imperium dazu, ihr kriegt ja auch sowieso 5 Imperium dazu, je nachdem welche Orte ihr dann neben euch habt, kriegt ihr plus 20 Produktionen am Anfang, in der ersten Runde, oder zweite Runde muss sein, weil dann könnt ihr eure erste Bevölkerung kaufen, mit Imperium, und habt direkt 5 Imperium dazu, das heißt, ihr habt das, sagen wir mal, in 5 Runden wieder drin, das Imperium, und ihr kriegt auch noch irgendwie eine krasse Ressource dazu, plus ein Buff, plus Einheiten, die ihr rekrutieren können, ich finde es super cool, es hat natürlich keine Einheit dazu, und, ja weiß nicht, es hat halt auch andere Fähigkeiten, irgendwie, die vielleicht noch da sein müssen, aber ich finde es trotzdem sehr stark, ich weiß auch nicht, ich weiß, dass viele nicht so stark finden, ich persönlich liebe diese Fähigkeit, einfach auch 20 Produktionen pro alten Wunder, ich spiele generell immer Maps mit vielen alten Wunder, weil ich mehr zu erkunden haben will, deswegen passt das sehr gut, und 20% Produktion kann halt auch massiv sein, wenn ihr von 100 einfach 20 nochmal draufkriegt, plus zum Beispiel Schlangenes, gibt auch nochmal 20, dann haben wir 20 Produktionen, plus nochmal 9 so circa, die wir dazu bekommen, schon direkt in der ersten, zweiten Runde, wenn der Feudal spielt oder sowas, da könnt ihr Gebäude bauen wie nix, da seid ihr so ein massives Powerhouse in der Wirtschaft schon, wenn ihr dann zum Beispiel noch Betriebsamt spielt und die Gebirge abklappert, wird das noch schlimmer, deswegen finde ich die Fähigkeit sehr gut, ich weiß aber, dass es sehr skeptisch betrachtet wird, ich packe sie trotzdem für mich auf jeden Fall mit nach oben, ich finde einfach jeder, der so ein bisschen skeptisch ist, soll einfach mal damit spielen, wirklich mal bewusst gucken, was kriege ich dadurch, was kriege ich durch diese alten Wunder, was kriege ich dadurch, dass ich mit dem Außenposten alte Wunder kostenlos, ohne Arbeiterbelage oder sonst was anschließen kann, wenn ich sie gecleart habe, was bringt es mir und ich glaube, dass jeder darauf kommen wird, dass ich da so viel Imperium, so viel extra Zeug bekomme, dass es sich lohnt, es ist natürlich strategisch gesehen nicht immer sinnvoll, es zu wählen, deswegen würde ich hier ein A reinsetzen, für mich aber auf jeden Fall A+, S dafür hätte noch eine Einheit dabei gemusst oder sowas, damit es noch ein bisschen besser ist, aber ich finde es halt allgemein gültig sehr stark, wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal sagen, was eure Meinung ist. Ja, dann kommen wir zum talentierten Sammler, ich bin direkt mal reingegangen, ja, auch vom Pantheon freigeschaltet, habe ich auch mal gespielt, ja, wir haben ein magisches Material in Nähe, das Problem ist, dieses magische Material hat tatsächlich noch Wächter drauf und nicht irgendwie schwächere, sondern tatsächlich die normalen Wächter, das heißt, es bringt gar nichts am Anfang, es ist wirklich nicht gut, also außer die haben das geändert und es ist jetzt frei, dann ist es okay, ist trotzdem nicht super, weil wieder könnt ihr rechnen, was kriegt ihr denn eigentlich, Wissen ist natürlich eine sehr starke Ressource, außer wenn ihr die 5 kriegt, sagen wir mal, ihr habt, wenn ihr Glück habt, eine Stadt mit 3 oder ihr habt in 3 Städten, sagen wir mal 6, 6 magische Materialien, dann habt ihr 30 Forschung, was sehr stark ist, 30 Gold, 30 Mana ist auch okay, aber die Produktion geht ja nur für die Stadt, das heißt, bringt halt nichts zu viel, Nahrung und Einrufen genauso, das heißt, Mana, Gold und mal Wissen sind die wichtigen Sachen, den Rest vergessen wir jetzt einfach mal, dann habt ihr 30 Gold, 30 Mana, 30 Wissen, 30 Wissen ist okay, aber das kriegt ihr halt anders auch günstiger, dann mit Runenschmiede, mit Gewissen und Gebäuden und so weiter, von daher, es ist einfach sehr schwach und wenn es noch immer so ist, dass das hier bewacht ist, das magische Material, dann ist es halt einfach lächerlich, ihr merkt euch, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, weil es mir einfach viel zu schwach ist, ich finde auch die Idee wieder cool, aber es ist halt deutlich zu schwach, wenn es läuft und ihr viele davon bekommt, ist es eine coole Sache, ansonsten ist es halt tatsächlich nutzlos und damit kommt dann ein C rein, ja, irgendwo hier, die halten sich irgendwie so ein bisschen die Waage, wobei das hier eigentlich mit der T3-Einheit schon eine coole Sache ist, ich müsste dann noch ein bisschen weiter nach vorne anordnen, weil T3-Einheiten schon sehr stark sein können, wenn das gescheit macht und dann, ne, ne, der Baumeister wäre dann auch eher nach hier zu ordnen, ich weiß nicht, es hält sich irgendwo die Waage hier auch wieder da, ich finde es halt nicht stark genug, es ist viel zu situativ und wenn das dann noch bewacht ist, das erste Material bringt halt auch gar nichts. Und dann kommen wir zu den letzten fünf, auch noch alle DLC-Sachen und zwar haben wir einmal die Sklaventreiber, gnadenlose Sklaventreiber, Entschuldigung, panische Einheiten werden gefangen genommen, wenn du im Kampf siegreich bist. Kriegssklaven, Kriegssklaven ist wieder eine Chaosfähigkeit, also kriegt ihr einfach dann nicht mehr zum Freischalten, das ist kein Extra-Bonus, sondern den könnt ihr sonst auch nur freischalten, kriegt ihr eine Bevölkerung für die zerstörte Stadt, pro drei Bevölkerung der zerstörten Stadt. Ist natürlich für, hier, Außerweltzerstörer absolut cool, weil dadurch natürlich nochmal eure Hauptstadt immer weiter vergrößern und damit massiv vergrößern können, macht dann auch richtig Bock und panische Einheiten werden gefangen genommen, wichtig, die könnt ihr nicht einfach behalten, weil ihr müsst sie, nachdem ihr die Gefangenen sind oder habt, noch bestechen, dass sie für euch arbeiten und dann, gut, kann man irgendwie verstehen, treu bleiben und so weiter. Deswegen kann man da auch eine ganz coole, ich würde eigentlich auch mal, wie soll ich es formulieren, es wäre spannend, mal eine Strategie zu fahren, ich befürchte aber, dass es zu schwer ist, auch brutal. Ich glaube, damit kann man nicht sagen, mach nur Kriegssklaven, du hast zum Beispiel diesen Zuchtmeister, der dir erlaubt, dann die noch zu erstellen oder auch noch das zu fördern. Ich glaube, es ist zu schwach, weil panisch heißt ja wirklich, die müssen fliehen und wenn ihr in so einem Kampf habt, wo die fliehen, das ist schon selten, da kriegt ihr nicht viele Stacks zusammen, ist okay. Ich finde es ganz cool, ich glaube, da können auch viele daran Spaß haben, als Außerwettsterstörer natürlich super cool und deswegen ganz okay einzuordnen, ja. Nichts Besonderes, auch nicht Besonderes für irgendwelche Strategien, außer ihr wollt dann irgendwie so ein bisschen eine cheesy Strategie spielen oder meine Herausforderung, wo ich wirklich nochmal bis ins Limit bringen wollte, sagen wollte, ich spiele nur auf diese panischen Einheiten, die ich geschnappt habe und Einheiten, die mir Sklaven irgendwie produzieren können, das heißt Zuchtmeister als Räuber, dann ist es glaube ich ganz cool, aber sonst, es ist halt nicht übermäßig stark alleingestehend, nur halt durch Kriegssklaven noch mit Außerwettsterstörer oder wenn eine sehr aggressive Strategie fährt. Und dementsprechend, irgendwo C, dahinter sagen, ich könnte jetzt auch B sagen, aber ich meine, da können wir ja bei allen wieder hin und her, wo B, wo C, ich meine, das ist so alles so mittelfristig, das hier ist halt das, wo ich sage, das ist immer cool, das kann ich immer anwenden, kann ich gut nutzen, B ist dann noch so, ja, das hat auch noch sehr gut, noch einen interessanten Nutzen, kann auch sehr nischhaft sehr gut sein, ist aber spezieller, C ist dann eher so schon, ja, nee, brauche ich jetzt erst mal nicht, da gibt es einfach bessere Alternativen, kann man aber noch immer spielen, so ein One-Off, also einmal in der Runde und ist ganz interessant, da ist aber zum Beispiel Außerwettsterstörer mit dem Boni einfach stärker als jetzt andere Sachen. Egal, wir sind ja noch gar nicht fertig. Machen wir nochmal weiter mit dem Artefakt-Geschichten. Ja, und zwar, Rückforderer, wir kriegen, die Bindungsdessenzen sind ja momentan noch immer ziemlich bescheiden zu bekommen, die kriegt ihr ja gar nicht, da gibt es ein Mod für, kann ich nur empfehlen, dass ihr so ein Gebäude bauen könnt, wodurch ihr passiv das generieren könnt, ansonsten könnt ihr das ja gar nicht generieren, außer Gegenstände verkaufen und ich glaube, das war's, ne, also ihr könnt da Gegenstände verschrotten und das dadurch bekommen und vielleicht noch irgendwo durch verschiedene Sachen, aber ich glaube nicht mal, ich glaube nur dadurch. Das heißt, hier kriegt ihr es aber durch Plagenhochte, alte Wunder, Zerstören von Städten und Plündern von Provinzen und ihr startet halt schon mit 200, da könnt ihr schon mal einen Gegenstand machen und ihr könnt direkt Gegenstände bauen, was tatsächlich ganz nett ist, aber ja, ja, ist gut, man kann halt gute eigene Gegenstände bauen, ist auch wirklich eigentlich, in meinen Augen, ich liebe dieses Gegenstand-Bausystem, mit dem Mod finde ich es auch wirklich sehr nützlich, ohne Mod ist es dann doch manchmal was schwer zu gucken, kriege ich genug Zeug, überhaupt mal zwei, drei Waffen im Spiel zu bauen oder zwei, drei Gegenstände, obwohl das System ja sehr cool ist, finde ich, da muss einfach mehr passiv generiert werden können und hier mit der Fähigkeit würde man dann halt wirklich konstant bauen können. Das fände ich fair, so ist es halt, in meinen Augen, der Trade muss sein, um das wirklich richtig funktionell zu machen und das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist der ganz okay, er ist halt jetzt keinen, den ich jetzt euch immer ans Herz legen würde, aber wenn ihr sagt, ich will mal richtig viele Gegenstände bauen, habt da eine coole Idee mit magischen Materialien, dann macht es, die Gegenstände werden sehr mächtig, auch vom Damage Share und so weiter, da könnt ihr eure Helden wirklich zu Powerhauses machen, aber es ist halt nur über diesen Rückforderer wirklich sinnvoll. So, dementsprechend, auch irgendwo C plus, zwei, B minus, aber irgendwie, ich habe die C und B zu viel, ich bin zu kritisch, glaube ich, aber ich würde es auch hier irgendwo mit anorten, ja, vielleicht B minus tatsächlich, wenn man schon, wenn man die Gegenstände hat, man hat ja keinen Downside dabei, ne, es ist ja einfach cool, man kriegt eigentlich ja, wie bei den Jägern auch passiv irgendwo was generiert, deswegen passt es eigentlich schon dann auch vor den Zerstörern, weil er schon passiv was generiert kriegt, auch genauso wie hier oder hier, das heißt, ihr habt ja schon irgendeinen Vorteil. Was, das müsste ich fast schon in den Arm machen, lasst nochmal jetzt so stehen, ich stehe jetzt einfach dazu und dann kommen wir weiter zum Artefakthorder, das ist im Prinzip das Gegenteil von Rückforderer, denn Rückforderer heißt ja, jetzt zerstört die Gegenstände, sag ich mal Artefakt bauen, jetzt zerstört die Gegenstände, hier wollt ihr die alle behalten, das ist natürlich vor allem für Drachenherrscher sehr gut, denn für jeden Gegenstand der Stufe 2 bis 3, nachdem ihr nur ein altes, Entschuldigung, kriegt eine Stufe 2 bis 3 Gegenstand, nach dem Plündern eines alten Gebäudes oder Wunders und einer Plage, das ist cool und ihr kriegt halt zusätzlich Mana über Artefakt hocht und wenn ihr jetzt ein Drachenspiel kriegt, dann Mana und Gold, ist eine ganz coole Sache, kann man auf jeden Fall spielen und ihr kriegt auch zwei Gegenstände schon, um das Ganze auch ein bisschen voranzubringen, heißt, ihr kriegt dasselbe wie bei den Räubern, nur dass ihr die Fähigkeit hier noch ein bisschen cooler ist, weil ihr halt passiv immer was generiert, ist aber nichts Besonderes. Ja, also, weiß nicht, ist okay, ihr habt halt da Möglichkeiten, durch die Gegenstände noch ein bisschen was Exit zu bekommen, aber haut mich jetzt auch wirklich nicht vom Hocker. Mit einem Drachen spielt es das ganz cool, ja, ich weiß nicht, jetzt hier hinter, ist halt nett, kriegt halt, sagen wir mal, ihr hattet 20 Gegenstände, kriegt ihr 40 Mana, und ihr kriegt halt mehr Gegenstände, also Potenzial kommt auch schnell auf die 40 Gegenstände, auf die 20 Gegenstände und ihr kriegt halt dann tendenziell auch bessere Gegenstände, weil ihr Stufe 3 Gegenstände aus den Plagen kriegen könnt, was relativ früh auch einen starken Gegenstand gibt, von daher kann es auch schon mal höher sein, ist aber sehr situativ, ich kann es auch nachher vorne setzen, ja, ist okay. Dann gehen wir auf den Druidischen Terraformer und den Eremiten noch ein, der neueste Society Trade ist ja der Druidische Terraformer, da kriegen wir, das ist ziemlich cool, Kernprovinz, das heißt, wo die Stadt steht, meine ich, auf, dem einen Feld ist 20 Nahrung, dem anderen Feld Produktion, dem anderen Feld Gold, und dann 20% Nahrung, 20% Produktion, was ziemlich stark ist, 10% Gold, 10% Mana, was ganz okay ist, und Terraformer, Zauberkosten, minus 25% Mana, und Weltkartenzauberpunkte, ist okay, was ganz cool ist, und das haben wir so eine Strategiesache, Einheitenversorgung für Elementareinheiten, da kann man tatsächlich auch eine Strategie rausfahren, erstmal Elementare beschwören wie heute, kann man ja eh schon von Runde 1, wenn man es geschickt macht, ihr kriegt eine extra Elementareinheit, und ihr könnt auch eure gesamten Helden und Einheiten zu Elementar machen, wenn ihr komplett auf Materium geht, das heißt, ihr könnt die richtig schön günstig machen, ist natürlich eine langfristige Strategie, aber der Nutzen dieser Fähigkeit ist halt ständig da, ne, wenn wir schon 21 Produktionen in der Kernprovinz haben, oder in der Stadt haben, ist richtig stark, von daher ist es ein sehr gutes Ding, ihr kriegt eine Einheit, ihr kriegt immer irgendeinen Bonus dazu, gerade wenn ihr, wie gesagt, Wald, Fels oder Berg hat, wegen der Produktion ist das super cool, Gras am Pilzfeld, das ist auch noch okay, Gold und Mana ist in Ordnung, es ist ja was extra, Terraform Zauber geht so, braucht man jetzt nicht so oft, aber wenn man jetzt urtümliche Kultur spielt, ist es durchaus sinnvoll, und ihr könnt auch noch Elementare spielen, dadurch nochmal Einheitenversorgung verringern, was ihr übrigens mit den fruchtbaren Schwärmern dann, wenn die nicht magischen Ursprungs sind, die Elementare, um 40% verringern könnt, das heißt, habt ihr nachher alle eure Einheiten in Elementare gemacht, sollten die nicht, außer ich irre mich jetzt, magischen Ursprungs werden, und dadurch könnt ihr dann nochmal die Einheitenversorgung runtersetzen, das ist cool, und ihr kriegt eine Einheit dazu, finde ich sehr solide, nicht die beste Sache, aber es ist sehr stark doch an sich, kann man halt bei jeder Strategie irgendwo nutzen, ist irgendwo immer sinnvoll, ich würde es bei A oder B plus einordnen, weil ihr halt konstant irgendwelche Ressorts geklappt habt, ich müsste eigentlich bei einer Fürsten, das ist halt meine Liebe zu sehr dazu, aber ja, ich würde mal sagen, so A minus irgendwo, kriegt ihr halt konstant irgendeinen Bonus, ihr habt dann einen Upkeep runtergesetzt, und ihr kriegt eine Elementareinheit, was sehr cool ist. Dann kommen wir zum Eremiten, oder Hermiten, Hörmit, Reich, ja, das ist auch relativ neu, glaube ich, durch den letzten Patch irgendwann hinzugefügt worden, also ich glaube mit Empire's and Ashes, und wurde jetzt auch genervt, weil es halt schon extrem stark war, bei Städte erhalten Einnahmen von 15% mehr Wissen, Nahrung, Produktion und 20% Stadtstabilität, wenn ihr Gebiet nicht an das Gebiet einer anderen Stadt, oder eines anderen Außenpostens angrenzt. Alle Städte, die ihr habt, und Konflikte, ja gut, bringen euch 100% mehr, wer interessiert, und ihr kriegt 100 Imperium dazu, das heißt, wenn ihr Eremitenreich nehmt, und Imperialisten, oder Eremitenreich, und erfahrene Siedler, oder versierte Siedler, könnt ihr am Anfang, brutal ne große Stadt bauen, also ist extrem stark, weil ihr dann schon direkt ne Bevölkerung anziehen könnt, ihr könnt auch Eremitenreich, und Wunderarchitekten bauen, direkt das Wunder in der ersten Runde anschließen, das ist wirklich sehr stark, darf man unterschätzen, 100 Imperium ist ne coole Sache, und ihr kriegt halt 15% von allen Einnahmen, die stadtspezifisch sind, also Wissen, Nahrung, Produktion, und Stadtstabilität, wenn ihr nicht an einer anderen Stadt sind, das heißt am Anfang, konstant diesen Bonus, ne, konstant, bis ihr wirklich selber, oder der Feind kommt, und euch was da vorklatscht, und ihr selber könnt das ja vermeiden, das heißt, es ist eine extreme Snowball-Fähigkeit, die einfach passiv, brutal generiert, das ist also wie der druidische Terrorformer, nur dass ihr alles bekommt, und Wissen, und das ist ja hier nicht drin, und Wissen noch dazu am Anfang, in geringeren Prozenten, trotzdem extrem, und hat noch mehr Stadtstabilität, und 100 Imperium, ist extrem gut, der hat da unten den Konflikt, interessiert keinen Menschen, Singleplayer, wen interessiert es, also, naja, egal, aber das ist schon massiv stark, eine der stärksten Fähigkeiten, die wurde auch richtig genervt, tatsächlich würde ich da auch zustimmen, weil die halt, ich meine gerade im Multiplayer, wenn ihr da geschickt seid, dann könnt ihr ja erstmal, konstant, da diese Stadt pumpen lassen, und konnte das ja noch besser machen, ich glaube da war es irgendwie mit, Städte feindlich, und sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr, es war aber immer noch schlimmer, als es hier angegeben ist, und als Multiplayer, im Multiplayer, musst du es ja eigentlich dann da hinrushen, und da schnell einen Außenpost vorbauen, damit die Person nicht mehr weiter, diesen Bonus bekommt, kann auch sein, dass es vorher nicht ein Außenposten war, sondern nur Städte, das heißt, ich konnte es halt als Spieler gut vermeiden, das überhaupt zu bekommen, und ich kann da ja auch immer noch gegen vorgehen, das ist auch gegen die KI, super cool, sehr sehr starke Fähigkeit, deswegen kommt es auch auf jeden Fall in Estium, so auch in diese Riege von versierte Siedler setzen, die Kombination Eremit ist halt cool, dann hat es auch Fähigkeiten, dann versierte Siedler dazu, Imperialist dazu, eigentlich alles dazu, ist einfach so krass, das hier mit der druidischen Terraformer, ey macht das mal, das müsste eure Stadt, bis zur Umkenntlichkeit wachsen lassen, das ist natürlich sehr passiv, aber holy moly, wenn ihr da das richtige Gebiet habt, mit 35% mehr Produktion am Anfang, dann könnt ihr wirklich Gebäude rauskacken, oder habt noch Gold dazu, oder sonst irgendwas, das ist wirklich sehr sehr cool, kann ich nur empfehlen. Und das war's, ich glaube, ich habe nichts vergessen, wenn wohl, ist mir auch egal, hat wieder lange gedauert, natürlich ist ja klar, wenn ich berabbel, dann lege ich auch los, sind aber auch sehr viele Trades, ja, wir können ja mal sehen, was ihr so, wir können ja mal sagen, was ihr so davon haltet, wo der Omni nur nach Gefühl gegangen ist, und seine Liebe zum Beispiel zu Bannerfürsten, und zu Wassermobilisierung hier rausgehauen hat, oder ob ihr sagt, ja doch, das kann ich so nachvollziehen, so wenn du es erklärt hast, dann könnt ihr einfach mal eure Meinung dalassen, was ihr vielleicht anders eingeordnet hättet, gerne, gerne, gerne Kommentare Leute, haut ruhig raus, ihr könnt auch sagen, Omni, bei dem Punkt, da bist du einfach am Schwachsinn labern, da laberst du Schwachsinn, das kann doch überhaupt nicht sein, hier zum Beispiel mit den Speeren, hey, die sind so cool, ich mache die immer auf Estier, besser geht es eigentlich nicht. Dann halte ich euch zwar noch immer für Lügner, und werde euch böse beleidigen, aber ihr könnt das ruhig machen, kein Problem, gehen wir schön in den Diskurs ein, nein, Quatsch natürlich, gut, wer das hier unten sagt, ja, aber bei allen anderen, haut ruhig raus, was ihr meint, keine Scheu, wird zeigen, was ihr meint, bin mal gespannt, ob ihr da andere Meinung habt, und mich auch überzeugen könnt, ich bin ja jetzt nicht festgefahren, außer bei manchen Punkten, wo ich wirklich sage, die sind für mich einfach zu cool, vom Style oder sonst was, aber selbst dann lasse ich mich natürlich auch überzeugen. Naja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen, für die nächste Runde, und wir hören uns beim nächsten Mal.